So, mal schauen, ob der Stream auch wieder Funktionuckelt. Erstmal hier das Chatfenster wieder groß machen. Und wo waren wir noch gleich stehgeblieben? Nicht nur Chatfenster, ich wollte ja nochmal Kontrolle gucken. Hier erstmal mein Dings, damit auch jeder sieht, was ich für Einstellungen in meinem verdammten Zeug habe. Damit mich gut hacken kann. Dann muss man das auch wieder klein machen. Ach nee, Quatsch, der Stream sieht das ja gar nicht, die sehen ja nur Bildschirm 1. Haha, Glück gehabt. Haben wir jetzt, ach klar, wir haben jetzt Anfangskapital. Haben wir? Okay. Eine halbe Million. Hübsch. Wie gab es gratis zum Hof? Ja, die Frage ist nur, funktioniert jetzt der Stream? Bei mir ist immer noch das blöde Laden drin. Auch wenn ich live bin angeblich. Mal hier nochmal laden. Ja, Passwort, wen interessiert es? Ja, ich glaube, der Stream funktioniert wieder. Das heißt, wir müssen auch sowas wie Silos selbst bauen? Ja, wir müssen Silos und den ganzen Scheiß müssen wir offensichtlich alles selber bauen. Also hier mal für die Leute, die jetzt vielleicht doch durchgehalten haben oder nicht. Der Landwirtschaftssimulator heute erschienen. Und zwar spielen wir bei Anfang 0. Wir haben jetzt schon gerade festgestellt folgendes. Also die, es ist halt einfach gar nichts da. Und es gibt so ein Hofverwaltungsbildschirm, wo man jetzt da so gucken kann. Und da haben wir jetzt einen Hof erstellt. Der ist blau. Und heißt Hamsterparty. Weil ich Nagetiere toll finde. Glaube ich zumindest. So. Wo sind wir stehen geblieben? Was sollen wir jetzt als nächstes machen? Was hast du rausgefunden? Wo soll ich Knöpfe drücken? Ich bin verwirrt. Ach, willkommen im Club. Wir sollten uns einfach einen Traktor kaufen. Nichts ist wirklich sehr, sehr wenig. Ja, nichts ist echt wenig. Da muss man doch bestimmt jetzt irgendwo ein Gebäude platzieren können. Oder Vertrag. Ja, Vertrag. Schön und gut. Es gibt ein Farmhaus. Für 350.000. Und da drücke ich wo drauf? Bei den Männchen? Ich glaube nicht, dass es das Erste ist, was ich kaufen soll. Bei den Männchen? Oder? Ähm, wie im OP. Im Shop. Ach so, im Shop. Okay. Aber wir haben doch gar kein Land, oder? Wie kommt man aus dem Ding wieder raus? Ach, Hof. Ähm. Hof verlassen, zurück, bearbeiten, zurück. Ähm, der letzte Tag im Shop ist wie immer platzieren, Wochobjekte. Okay. Aber müssen wir nicht Land, oder sowas kaufen? Müssen wir dann auch noch. Ich werde heute ein Problem verschaffen. Wieso kann ich eigentlich nicht mehr steuern? Es gibt wachhafte Tierhaltung. Von Hundehütte bis zur großen Fahrt. Unter Devertung haben wir unseren tollen Kärscher. Äh, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann nichts mehr machen. Ich drücke mal Enter. Na, Enter geht auch nicht. Hier geht halt einfach gar nichts. Ich kann nichts machen. Nichts. Rein gar nichts geht. Aha. Silage-Gruppen kann man auch jetzt setzen. Noch mal raustabben. Wieder reingehen. Ne. Ich bin wie festgefroren. Ich kann nichts machen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber bei mir steht oben zum Beispiel Menü-Back und Menü-Accept. Aber keins davon funktioniert. Also weder Escape noch Enter-Taste ändert was an meiner Situation. Ich komme auch nicht mehr in das Menü rein. Ich bin rausgetappt. Habe ich aber in das Spiel gemurkst? Durchs Raustabben? Wäre natürlich möglich. Also weil ich kann wirklich nichts machen. Und mich nicht bewegen. Gar nichts. Äh, tapp nochmal raus und wieder rein. Am besten bei Maus rein. Nein? Also ich sehe sogar, dass sich die Autos bewegen. Auch wenn du mit der Maus ins Fenster kriegst, passiert nichts. Ich habe keine Maus. Dann tapp raus, um die Maus zu haben. Und dann klick auf das Fenster ins Fenster. Habe ich doch gerade alles schon gemacht. Ich habe nicht den Fenstermodus, ich habe den Vollbildmodus. Ist doch egal. Ja, aber ich habe keinen Mauszeiger, wenn ich an der Seite das Fenster öffne. Also das Spiel aktiv schalte. Und ich kann mich nicht bewegen. Ich kann gar nichts machen hier. Also... Er kann es nicht umsehen? Nein, gar nichts. Ich kann jede Taste drücken auf meiner Tastatur. Es passiert rein gar... Oh. Ja, das Steam-Interface kann ich aufmachen. Wie macht man das noch gleich wieder zu? Nochmal Shift-Tab. Also bei mir ist das Spiel komplett... Also ich bin gefreezed. Nicht das Spiel, sondern ich bin gefreezed. Weil ich nämlich auch die Autos rumfahren sehen habe. Weil du höchstwahrscheinlich irgendwie... Nicht den Fokus auf dem Spiel hast. Ja, das kann doch nicht sein. Ach, komm schon. Ich habe gedacht, wir haben die Probleme beseitigt. Gut, dann töte ich sie jetzt. Also... Tod! Ja. Was ist jetzt passiert? Das Tod ist bei mir noch nicht angekommen. Hm. Interessant. Jetzt ist es angekommen. Also... Äh, Okay, mach ich ja. Jetzt muss ich gar nicht nachhauen. Aber man sollte es dann so jetzt noch. Optionen. Bildschirmdings. Blablabla, blablabla, hausen, Fenstermodus an. Anbänden. Und guck mal, ob da war die Auflösung wieder verkloppt. Nein, hat er nicht. Auf geht's. Hört mal, mach mal ein Spiel auf. Zurück. Multiplayer. Spieler stellen. Er hat auch den Spielschrank gelöscht. Bitte fürs also nochmal alles von vorn machen. Für die Zuschauer. Ja, für die Zuschauer. Also, bei Null beginnen. Bei Autospeicheroption habe ich gedacht, wenn es, äh, tut es irgendwas. Aber gut. Kann mich auch irren. Ist ja... hamsterlich. Ich arbeite mich nur noch daran, nicht zu verstehen, weil die Musik in dem Spiel einfach, egal wie leise man sich stellt, immer noch zu laut ist. Und alle monstern zu mir. Und alle monstern zu mir. werden, werden, äh, gleich joinen. Weil die ja das Passwort sehen. Das Passwort ist in Klartext da drin. Ich kann ja nichts dafür, dass man das Passwort nicht in, nicht Klarschrift da reinstellen kann. Ah, nebenbei schon mal, weil ich schon mal so lange wieder nicht erwähnt habe, Gesichtsspaß mit. Es lebe das Diesel. Ich finde meine Kau-Animation einfach super. Ich liebe meine Kau-Animation. Mampf, mampf. So, also. Ich kann hier rumlaufen. Jetzt, in diesem Moment, kann ich rumlaufen. So. Es läuft. Ja, jetzt haben wir gesagt, Escape drücken. Auf den Weltball gehen. Nein, nicht auf den, auf das Hütten-Dings draufgehen. Dann hier doppelklicken. Dann der Farm einen Namen geben. Jetzt steht plötzlich nur noch meine Farm da. So, der Farm einen Namen geben. So, jetzt natürlich wieder das Passwort hinschreiben, das jeder sieht. Die Farm blau machen. Und den Hof erstellen. So. Dann Doppelklick auf den Hof, damit ich beigetreten bin. Und jetzt ist die Frage, Hof bearbeiten, Hof löschen, Hof verlassen oder zurück? Du gehst mit zurück. Ich drück auf zurück. Und kann mich nicht mehr bewegen. Kann mich nicht mehr bewegen. Moment, ich probitimst du ihn. Geht nicht mehr. Kann mich nicht bewegen, sobald ich das gemacht habe. Ich hänge einfach fest. Ist nicht mehr möglich, irgendwas zu tun. Was dein Menü hat, sagte ich ja auch nicht übersetzte Codes. Ja. Das ist der Punkt. Habe ich doch gesagt. Ich würde behaupten, das ist ein verschissener Bug. Großartig. Ja. Und zwar so großartig, dass ich nichts dagegen tun kann. Wo bleibt der D1-Patch? Weil ich alles, was ich... Oh, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht davon. Super. Nee. Ich kann mich absolut kein bisschen bewegen. Geht nichts. Ja, scheiße war es. Was machen wir jetzt? Ich muss jetzt wieder neu starten. Soll ich dann mal auf auf Hof verlassen drücken, statt auf zurück? Probier es doch mal mit Speichern. Kann ich doch nicht. Es geht kein Menü auf gar nichts. Ich kann das Spiel nur killen. Ich habe absolut keine Kontrolle über das verkackte Fenster. Es passiert nichts. Keine Eingabe reagiert. Ich bin komplett Bewegungs- Interaktionsunfähig, wenn ich in diesem Fenster hänge. Weil wie gesagt, Escape und der ganze Scheiß tut gar nichts. So fertig ist das Spiel. Fängt schon mal gut an. So. Ich mache das gern auch noch ein bisschen. Ich habe da Zeit. Heute habe ich Zeit. Und auch die richtige Laune dafür. Das stört es mich nicht. Vielleicht nehmen wir einfach mal den anderen Start hoch. Ja, aber ich will bei Null anfangen. Ich will das wissen, wie das funktioniert. Der ist ja einfach der andere. Vielleicht funktioniert der. Ist ja doof. Ich google mal. Meinst du, dass googeln was bringt? Also nochmal erstellen. Nochmal Spielstand 1. Also du willst was haben dann? Neuer Farmer? Farmmanager? Also Farmmanager, die Standard-Einstellung für den Anfänger. Die Wirtschaft verhält sich angemessen. Getreidepreise sind akzeptabel. Reden es bei der Bank bereit. Dir noch keine Kopfschmerzen. Spiel-Elemente sind auf dem Standard-Einstellung. Dann neue Farben. Mit diesen Einstellungen ist die finanzielle Situation entsprechend und die Getreidepreise sind in der Regel höher. Spiel-Elemente sind vereinfacht und das Getreide auf den Feldern verwegt nicht. Ja, das gehe ich auch davon aus. Und wie gesagt, Null ist eine wirkliche Herausforderung. Die Wirtschaft ist vergebildungsblabla. Ich habe keine Lust weiter zu leben. Ich will es trotzdem nochmal bei Null mit. Ich will es schaffen. Wenn ich das jetzt noch den ganzen Abend betreide. Stimmt. Werde möglichkeit. A jerem weiter und sind alle aktiviert starten was für ein stress am allerersten tag des spiel releases wunderbar so liebe ich das aber hey wir wollten es ja unbedingt so weil offiziell ist glaube ich erst am 20 oder haben sie es vorverlegt könnte ja auch sein mit finanziellen mitteln bla 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 ich habe keine ahnung oder was 22 oder ich blick eh nicht mehr durch bin total verwirrt ja doch zwanzigster moment mal ist dann morgen schon mein komischer termin da muss ich jetzt noch mal nach stimmt nicht bei uns äh ist das der richtige das ist ach so ach lass uns jetzt gut sein ich glaube das ist vorbei nee das ist der falsche wo ist dann der andere das ist total sinnvoll dass ich während des streams einfach mal so spontan hier beschlossen habe 23 ist da sind noch drei tage okay ist das ist auch recht so es wird dann während der hofland weiter gleich dazu beliefert nee zumindest fehlt das hofer stellen hm dann speise den scheiß einfach mal ab okay wenn wir jetzt noch den speichern button finden wo könnte der sein wo könnte speichern abgeblieben sein weltkugel komisch äh letzter tab das äh zettelchen mit dem i ja gott die menü sind so anders ist echt hart hä speichern gott ich hasse es blind zu sein ich habe echt keine ahnung ich bin jetzt auf dem komischen zettel mit dem tab aber ich find's nicht gras stroh baumwolle sicher dass es der ist tiere bla 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 ja ganz unten steht spiel speichern echt am unteren rand unter dem menü ach da unten oh gott ich bin so blind so jetzt habe ich gespeichert spiel abbrechen abbrechen so ich mag das neue menü nicht soll angeblich einfacher sein ich finde nicht dass es einfacher ist äh ich hab's gerade sauber fest gefahren hm ich glaub doch wir bräuchten den devon patch hm aber schön hamster mal alles prima lass sie drücken schland schland 2 schland 2 warum das passwort da im klartext steht ja ist eine gute frage bei mir nicht wenn ich beitrete ist es gesperrt ist ja dumm na ist doch ganz einfach damit die stream zuschauer später meine map verwüsten können so ok soll ich es jetzt nochmal wagen es gibt eine farm der wir beitreten können meine farm heißt die aber ist ja egal so jetzt bin ich der farm beigetreten soll ich jetzt hof verlassen oder zurück bei zurück hat es jetzt immer gebackt oder vielleicht leertaste hof bearbeiten äh erst mal einfach aus dem menü raus das hab ich vorhin in etwa gemacht oder das was ich immer zu was ich immer zu auf Goldreich ja einfach mit escape aus dem menü raus oder was ja ok das hat beim letzten mal nämlich nicht funktioniert äh trotzdem optionen äh den hof auswählen äh hof bearbeiten ich kann das so nicht lassen gleich zerstöre ich wieder den spielstand ja gleich zerstöre ich wieder den spielstand aber hier ist auch kein passwort drinnen ASDF damit es auch jeder gehört hat genau so wie das nutzlose serverpasswort bestätigen so und jetzt nicht mit der maustaste sondern mit escape äh mit escape äh mit escape oh komm schon mit escape escape vielleicht solltest du im hof nicht blau einfärben äh nein ich glaube sobald man im hof irgendwas editiert äh kippt kippt die tastatur äh kommen die tastenbefehle nicht mehr an bei dem spiel menu back menu accept hab ich nicht gesagt er wird den spielstand so stören ja mann ich wollte es nur mal einfach wissen das ist so unfair könntest du jetzt ohne Spalten beenden und dann nehmen wir einfach unseren grünen Standardhof ja ok ich geb auf du hast ja gewonnen ich werd nie wieder versuchen einem Hof einen Namen zu geben geschweige denn eine Farbe scheiße noch eins was sowas dummes echt was soll denn der scheiß ja wenn ich hier ein bisschen hier in meiner Schachtel rum schnabudieren so aller guten Dinge sind 29 oder so st du st du Ja, ich bin total begeistert davon, was hier passiert. Hätte nie gedacht, dass es jetzt dann doch noch so viele Fails gibt, bevor man dann in irgendeiner Form irgendwas machen kann. Das ist echt der Wahnsinn. Ich komme mir vor, wie als hätte ich ein Spiel von Egosoft gekauft. Am ersten Tag. Wir haben vorher auch 10 Minuten gebraucht, um eine Netzwerkverbindung herzustellen. Ja, voll gut. Das ist so was von Day One Gaming. Das ist echt abartig. Wobei der Netzwerkfälle auf sein Konto geht. Nicht, dass du das spielst. Ja. Vorher hat es doch auch funktioniert. Kann ja keiner wissen, dass sie jetzt spontan beide Ports brauchen. Ich glaube, die brauchen schon immer beide. Also. Alberne Sache hier. Hey, der Hof ist grün. Okay. Und jetzt kommt bestimmt noch die Tatsache, dass man bestimmten Land claimen muss, damit man irgendwas machen kann. Dann sind wir jetzt aufgeschmissen, weil dafür braucht man bestimmt dieses Menü. Ich drücke mal P und gucke mal, ob ich ein Gebäude hinstellen kann. Äh, wie gesagt, wir haben wahrscheinlich sehr wenig Geld. Ein Farbhaus können wir uns auf keinen Fall leisten. Das heißt, wir müssen erstmal Lohnunternehmen scheißemäßig machen. Äh, wir haben eine halbe Million. Ja. Wenn wir schlau investieren, geht das locker. Ja. Das heißt, einen Mähdrescher und einen Traktor kaufen und äh... Äh, ja. Ich würde sagen, für eine Frucht hat man das Equipment und das Feld. Wenn da noch was übrig bleibt, können wir in Gebäude investieren. Ja, die Frage ist, die Frage ist, kann man hier bei den Feldern Aufträge machen? Angeblich soll man im neuen auch im Multiplayer Aufträge machen können. Ich habe das Menü schon gesehen. Ich darf, glaube ich, nichts annähen. Äh, gehen wir ins Menü? Äh, der... Welches Menü? Welches hättest du gerne? Ich finde das Escape-Menü. Okay, ich riskiere es. Äh, das zwischen Hof und Kuh. Der Stapelzettel. Der Zettelstapel. Okay. Reinhold Meier. Wäre da. Von... Was ist das? Transporter? Ne. Ernten, Düngen, Düngen, Transportieren. Ernten, Düngen und Transportieren. Also Transportieren finde ich immer geil. Equipment geliehen bekommen. Wie? Equipment geliehen? Ertrag ernten, bla bla bla. Steht es hier irgendwo? Feld 22. Ich bringe dein... Erzeugnisse dann hinter die... Getreidemühle. Nutze... Deine eigene Ausrüstung. Dünge, bla bla bla... Dünge... Dünge, mit das Feld... Nutze deine eigene Ausrüstung. Unten gibt's auch ne Mietobjekte-Button. Keine Ahnung wofür der steht. Äh, äh. Äh, äh, ja... Du? Transportieren. transportiere den Gegenstand von Hafen Nord nach Bauer Hans Was muss man transportieren? Keiner steht nicht da aber wahrscheinlich brauchen wir dafür was transportfähiges Ja, das ist mir auch klar Vertrag transportieren Besitzer Besitzer bietet eine Belohnung von Bla Transportiere Gegenstand Wir haben Geld, wir können auch selber was aufbauen Ja Aber ich weiß nicht ob wir uns dann alles leisten können Testen wir es einfach Wie man einen neuen Spielstand erstellt haben wir jetzt so genüge gelernt Stimmt, das haben wir jetzt gelernt, das ist richtig Am besten wir nehmen ein Feld auf dem was wächst, was man auch mit einfachen Maschinen ernten kann Ach so, nebenbei bemerkt Hallo Michi, schön, dass du wieder dabei bist und ich hoffe es amüsiert dich sehr, dass wir so schön rumfailen oder zumindest ich weil alle anderen wissen es ja besser Natürlich So, was wolltest du haben? Wir müssen uns ja wahrscheinlich erstmal ein Feld aussuchen Möglichst eins, auf dem kein Unrat wächst Möglichst eins Und mit Unrat meinte ich, das können wir gerade nicht ernsten Ja, die Frage ist nur Wo kann man diese Felder kaufen Schrägstrich auswählen? Vielleicht beim Planeten? Ich laufe in ein Feld rein Da kommt unten zumindest eine Info Okay Ich laufe in das Feld rein Gehört Uwe Zwiegler Weizen im Wachstum 100% gedüngt und Kraut keins Oh, schön Da wissen wir jetzt, dass das jemandem gehört, der Uwe heißt und dass er es gedüngt hat Und jetzt? Und jetzt hätte ich beim Alten auch Ja, hätte ich beim Alten auch Oder ein lustiges kleines weißes Symbol Wo Info draufsteht Wo man sich das Feld kaufen kann Siehst du sowas hier? Ich glaube nicht Ne Sehe ich nicht Ist hier nicht Gut, drücke ich nochmal Escape Vielleicht gibt es hier oben irgendwelche Button, wo man Felder kaufen kann So, Feld Bei welchem Feld sind wir eigentlich? Ah, hier unten Das Zwerg der 21 ist wahrscheinlich eh zu groß Aber ja Erstmal müssen wir ja irgendwie die Option zum Kaufen finden Ich habe hier schon mal das lustige Fragezeichen von früher gefunden Welches Fragezeichen? Na dieses, da könnte man theoretisch was kaufen oder so Aber das tut nichts Das ist glaube ich nur Einschalten für die Teleportpunkte oder so Wow, man kann in der Karte zoomen, Alter Das ist neu Definitiv Wie alles an dem Spiel Ich bin so verwirrt So Hier sind komisch Preise Preise, ja richtig Ich bin ja auch nur ein Waschbeer Hier ist die Verkaufsliste Hier sind, oh, Finanzen Nein, das ist der Kreditkram Das Tiere, Rindviecher Verträge Das brauchen wir aber nicht Hof Du hast gesagt, da soll ich nichts machen Obwohl es da den Knopf Hof bearbeiten gäbe Aber den haben wir ja gerade schon mal getestet Der führt zur Tötung des Hofes Dann hier haben wir noch was Von Hof entfernen Farmmanager Manager erstellen Kicken Bannen Fahrzeug kaufen Fahrzeug verkaufen Fahrzeug zurücksetzen Platzierbare Objekte kaufen Platzierbare Objekte verkaufen Helfer einstellen Verträge verwalten Tiere handeln Felder erstellen Das sind die Rechte, die du mir geben könntest Ah Wobei ich glaube, da Farmmanager dann heißt Vollzugriff Ach, weißt du was Du weißt doch, ich bin eine faule Sau Wenn es irgendwas gibt, was ich an dich abtreten kann Dann mache ich das auch Da ich noch drei Stunden brauchen werde, um zu verstehen, wie es funktioniert Würde ich mal sagen Es ist eine gute Möglichkeit, um herauszufinden, wie das Ganze funktioniert Wobei ich mich ja offensichtlich sehr viel besser anstelle Ja, herzlichen Glückwunsch Daran erkennt man wieder, dass das Angestellter-Arbeiter-Verhältnis Also das Arbeiter-Chef-Verhältnis Ich bin Chef, weiß alles besser und kann nichts Und du bist Angestellter und weißt alles und kannst alles Aber darfst nichts sagen Ich habe auch keine Ahnung, wie wir an das Weltrand kommen Warte mal, hier gibt es noch so viele Optionen Hier gab es doch bestimmt irgendwo das Gammeln aus Schmutz normal, Verkehr, Fruchtzerstörung Fruchtzerstörung finde ich hässlich Flügen notwendig Sollen wir das lassen? Unkraut an Mach erstmal die Zeitskalierung auf 1 Wo ist die hier? Echtzeit Verkehr, Schmutz, automatischer Motorstart Helfergedöns, Spritverbrauch Ich muss im Stream gucken, weil ich das Menü nicht habe Pflanzenwachstum langsam Pflanzensterben aus Pflanzensterben aus ist gut Pflanzenwachstum machen wir auf schnell, wie immer Ach nee, Quatsch Das ändern wir, wenn wir vorspielen Ja, okay, lass ich's halt auf langsam Wir können's auch schnell lassen, ist egal Bei dem Timberwix da eh nicht Es war auf langsam, Bugern Es war auf langsam Pflanzensterben auch Also Fruchtzerstörung Du willst wirklich wieder, dass ich was hält heize Mit irgendwelchen Traktoren Ich habe Fruchtzerstörung ausgestellt, weil ich weiß, wie du bist Du wirst als erstes einen Traktor über einen Berg fahren, ihn umschmeißen Danach wirst du durchs Feld fahren, um den kompletten Ertrag zusammenzuwalzen Und dann beschwerst du dich darüber, dass wir kein Geld haben Deswegen weiß ich ganz genau, das sollte ich alles ausstellen Ja, äh, soviel zu den Einstellungen Vielleicht schlage ich einfach mal in den Grundlagen nach Ja Gute Idee Der Chef kann's ja anscheinend nicht Nee Der Chef kann's nicht, der drückt jetzt erstmal P So Ja, dann kauf mal ein Feld Am besten eins, wo schon was drauf ist Mittelgroße Traktoren Große Traktoren, wow Es ist jetzt sogar in Größen sortiert Krasser Scheiß Teleskoplader, Frontlader Und Kompaktlader Diverses Diverses, ich glaube wir müssen Hundewelpen bei Diverses kaufen Das ist ja mal das Erste, was wir brauchen Damit du deinen Traktor wieder aufstellen kannst Fürs Protokoll, wir sind blöd Die Option hat die ganze Zeit da gestanden Echt? Cool Heißt, äh Also ich weiß, dass ich mir an die Bedienung Das ist gerade ein Problem, aber Ah, du kriegst es schon noch raus Es gibt Man kann auf der Karte zwischen Karte und Land wechseln Uuuuh In der Landansicht kann man Felder markieren Ich kaufe schon mal einen Traktor So Ich nehme jetzt dann auch die schlechteste und grässlichste Mühle, die ich finden kann Warte mal, nee, eigentlich sollte ich einen Frontlader kaufen Sicher ist sicher Das ist, äh Lieber einen kleinen Frontlader Kompakt Was? Kompakt Direkt Nein Zurück Frontlader So Aha Äh Ich kann Dinge blau markieren Ja, das ist Claimen, würde ich sagen Ja, aber die Markierung bringt noch nichts Okay Also der Frontlader ist schon mal Der Frontlader Ich weiß nicht, ob das Jetzt der Frontlader ist, den man normal Also als Traktor kauft So mit Frontlader Optionen Oder ist das jetzt ein Frontlader Frontlader Also so ein Bagger Weil hier ist noch ein Radlader Aber Radlader ist die Großen Jetzt ist die Frage Ist das jetzt einfach nur ein kleiner Bagger? Oder ist das ein Traktor? Ich bin mir halt nicht sicher Weil der sieht halt einfach nicht aus wie der Traktor Den wir sonst immer haben So Ähm Nein Also Das sieht aus wie Wie seltsam Also nee Kannst du nochmal in die rechte Verwaltung gehen? Zurück Ja, ich kann nochmal in die rechte Verwaltung gehen Ich gehe in die rechte Verwaltung Und mach was Äh Testen wir mal den Farmmanager Button Farmmanager erstellen Also Farmmanager einstellen Oder einstellen Okay Einstellen So Zum Farmmanager befördert möchtest du Woogie Ja, möchte ich So, ich habe dich jetzt zum Farmmanager befördert Ja Kannst du jetzt was kaufen? Jetzt kann ich dich entlassen Yeah So viel zum Thema Ich bin der Chef Jetzt bin ich es nicht mehr Jetzt kriege ich ein Kaufmenü Wow Ich fühle mich verarscht Feld 21 Würde uns 281.000 kosten Über die Hälfte unseres Vermögens Äh Gibt es ein kleineres Feld? Ja Hatte der eine Frontlader Option? Was gibt es denn für sinnvolle Felder? Äh Mit der Fruchtart muss ich mal gucken Ob es irgendwas gibt, was wir gleich nehmen könnten Hauptfarbe Felgenfarbe Felgenfarbe Standards Kartoffeln auch Motorausführung Standard Reifen Wie viel kostet du durchschnittlich ein Meisternis? Äh Keine Ahnung Reifen Motorausführung Okay Ich glaube der hat keine Frontlader Option Verdammt Ich bin so verwirrt Das ist so furchtbar Hat der das? Der kostet halt gleich viel mehr Welchen Traktor hatten wir damals? Ich glaube den T5 oder? Der T5 war der mit der Frontlader Option oder? Von den kleinen Kann sein Bin ich mir nicht sicher Wir könnten natürlich Wir könnten natürlich auch den Lindner nehmen Der ist grundsätzlich Untermotorisiert Aber soweit ich weiß Hat Lindner Standardmäßig eine Frontlader Option So Wobei Es könnte sein Dass der Frontlader Perfekt Ja Frontlader für den Lindner Traktor So Der hat keine Motore Äh Möglichkeit Motorwechselmöglichkeit Das heißt Der bleibt so wie er ist Das klingt richtig doof Weil der hat 102 PS Wugern Kriegen wir es hin Mit 102 PS Alles zu machen Was man mit einem Traktor Machen muss Also Flügen Säen Und scheiß an war Wenn wir entsprechend Kleine Maschinen nehmen Natürlich Würde ich sagen Ja die Frage ist Gibt es denn so eine Kleine Seemaschine Also dass man sie mit Oder zumindest Flug und Seemaschine Gedöns Für 102 PS Ich gucke gleich Ich würde sagen Wir nehmen Aus Kostengründen Auch wenn momentan Mais drauf ist Erstmal fällt 28 Das kleine Südlich vom Hof Was Mais drauf Ja Alle Alle anderen Parzellen sind Deutlich teurer Okay Oder haben noch Größeren Scheiß Ja wir müssen 107 kosten Wir müssen das Zeug Standardmäßig Aber dann auch Jedes Mal verkaufen Weil sonst Müssen wir ein Silo bauen Mal gucken Ich nehme auch mal Das Feld Oder Ja mach So Gut Es hat ganz kurz BIM gemacht Ich weiß zwar nicht wo Das angezeigt worden ist Aber es hat BIM gemacht So Nicht in dem Menü Wo du gerade bist Wahrscheinlich Okay Wir haben noch 392.000 Kostet Ein Ummalen Ja Ummalen kostet was Ähm Wir suchen Eine Seemaschine Standardmäßig war der glaube ich In der Farbe Oder auch nicht Äh Das Menü sieht anders aus Ich bin schon wieder Überfordert Ja ich sag ja Das ist irgendwie hier Katastrophal Felgenfarbe Lass ich erstmal Schwarz Sieht geil aus Äh Reifenstand Standard Frontlader Ja Ist perfekt Äh Farbe ändern Habe ich doch gerade Habe ich doch gerade gemacht Kaufen So Möchtest du Dieses Dieses Gerät Für blablabla 105 Äh 102 Warte mal kurz Wir haben gar keine Seemaschine Für 102 PS Richtig Äh Also die Kleinst Die kleine Direktsaat Würde gleich Würde 110 brauchen Die normale Die normale Saatmaschine 85 Äh 108 Wir haben 105 Äh ne 102 Also wir müssen die Kleinste nehmen Wir müssen mit dem Düngerstreuer drüber Fahren Und mit dem Dings Mit dem Grober Einen Flug Können wir ja ausschalten Aber wir müssen Grobern Es wird uns nichts anderes Übrig bleiben Ja okay Ja Hat die direkt Weil der Weil der Traktor Kostet jetzt schon Äh 87.300 Ja Also Wir haben Wir haben zwei Optionen Einmal 4 Meter 4 Meter Ohne Düngung Und einmal 3 Meter Mit Düngung Mhm Äh Also ich kaufe jetzt erstmal den Traktor Ja So Soll ich für den Traktor Vorsichtshalber Äh Ein Frontlader Doch muss man Frontlader machen Für den Fall Dass wir Dünger Und den ganzen Scheiß Kaufen müssen Da brauchen wir irgendwas Um die Pakete anzuheben Meine größte Sollkunft Da ist der Drescher Ja Ja Stimmt Aber die Düngermaschine Kann man auch Dranfahren Also man kann auch Nebenran fahren Stimmt Bei den Paketen Kann man nebenran fahren Die muss man nicht schaufeln Also der Traktor ist zwar vorbereitet Aber ich glaube Aber ich glaube einen Frontlader brauchen wir noch nicht Also kann man das restliche Geld ausgehen Also ich brauche jetzt noch einen Hänger Und dann kann man den Rest für den Mähdrescher raushauen Ohne den können wir eh nichts machen Ja aber ohne Hänger können wir auch nichts machen Also kann ich auch gleich einen Hänger kaufen und dann einen Drescher Okay Ja okay So übermäßig teuer sind die Drescher Auch nicht Hier geht's mal auf für 100.000 Es sei denn Du willst den ganz alten nehmen Ehekinen gibt's schon für 84.000 Äh Sind die Hänger auch bei Diverses? Ah ne Hier oben ist Extra-Kategorie So Hänger Schwuppdiwupp Ich würde sagen Den Krone für 27.000 Würde ich nehmen Weil der ist schon ein bisschen größer Da geht ein bisschen was rein Da gehen auch alle Fruchtsorten glaube ich rein Steht da irgendwas von der PS-Begrenzung? Hamhänger meines Wissens noch nicht Gut eine PS-Empfehlung Nicht angegeben Ich werde keine Zusatzfeatures einstellen Weil ich gesehen habe Farbe kostet 800 Mäuse Deswegen lasse ich das bei dem hier lieber Bei dem anderen war es schon zu spät Ganze Geld von Farbe rausgeworfen So Zack Dann haben wir das schon mal geschafft So Äh Zurück Zurück Der Gruppe wird ein Spaß Es gibt nur einen Der unseren Anforderungen entspricht Oh klasse Kannst du das Zeug Kannst du das Zeug mal kaufen Was du jetzt rausgesucht hast? Ähm Den billigsten Vorwurf mit 100 PS Alter Der Traktor ist kleiner als der Hänger Das kann ja mal werden Das wird jetzt schon witzig Ach ist der niedlich Ich hab ganz vergessen wie süß das ist Wenn man zum ersten Mal anfängt Das ist voll stuckelig Der kleine Lin noch Tützi tützi Schau dir den an Der ist so klein Damals als er noch klein war War er mal ein Traktorchen So Wenn ich jetzt noch wüsste Wo ich hinfahren muss Damit ich da hinkomme Wo wir hin müssen Oder wo du hin willst Ich hätte dem Frontgewicht verpassen sollen glaube ich Aber ich hoffe das kann man im Nachhinein noch kaufen Weil die Fahrphysik ist echt anders Ja Das heißt wir können nicht Ja Genau Okay Ja Ich muss immer noch rausfinden welches Feld das war Ich drück mal 9 Feld 28 Feld 28 Da Okay Das heißt Ich glaube ich muss einfach nur die Straße runter Aber ich bin mir nicht sicher Alter der denkt mal sowas von gar nicht Scheiße Ich weiß was wir auf jeden Fall kaufen müssen Es hilft nichts Ich brauche ein Frontgewicht Es klappt einfach nicht Der kann doch nicht mal den leeren Hänger anständig ziehen Du stehst noch bei dem Feld wo wir hinwollen Die Fahrphysik ist so krass anders Ist echt heftig Hat sich so viel verändert Zwischen den zwei Versionen Es fährt sich jetzt wieder Euro Truck Simulator Ähm Was hast du als Auswahl gestellt PS und Laderäum Wir haben immerhin nur einen Wir haben immerhin nur einen Traktor und einen Hänger Also muss ich permanent fahren können Während dem du überquärst Was hast du gesagt Die 28 ist unsers Die Okay Was Was Ja müssen wir ja Vermutlich Ja müssen wir Vermutlich Ja es wäre verschwenden Ist richtig Und verdammt nochmal Ich muss ganz dringend ein Frontgewicht kaufen Buban Bitte Ja und wenn Wie möglich Auf jeden Fall noch ein Frontgewicht Ich brauche ganz dringend ein Frontgewicht Das geht einfach kein bisschen hier mit dem Traktor Ja So Der ist schon mal Das ist schon mal Das ist schon mal Ja Da kommt Nicht Guck 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 Er ist ein bisschen Tünker Zu Wirken Guck 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 Gewicht Guck Wie schwer darf das denn sein? Was gibt's denn für Größen? Nimm mal, nimm mal's Tausender. Ich glaub, mehr wird der eh nicht verkraften. Das ist doch die Frage, wo taucht das auf? Ah, da! Fingerschreude, okay. Also, ich bin immer noch irritiert von der Steuerung. Die Fahrzeuge fahren sich so anders. Ja, aber wie gesagt, du wirst überrascht sein, wie krass die sich fahren. Du kannst ja mal den Mähdrescher überstellen. Dann kannst du es ausprobieren. Ich hab' nicht die alten Koffer nicht mehr. Ich hab' nicht die alten Koffer nicht mehr. Das sind doch so. Also, das ist eine Maschine. Ich bleibe danach. Für uns ist die Koffer nicht mehr. Ah, cool. Oh Gott, wir werden so ins Minus fasseln, glaub ich. Wir haben da... Wir haben da... Wir haben da... Wir haben da... Oder vielleicht bin ich vom Eurotruck-Simulator auch einfach noch eine andere Steuerung gewöhnt, dass es sich so komisch fährt für mich. Dalisted nicht Das war's für heute. Stimmt, da ist immer alles vergammelt und gebraucht und braucht Tonnenweiß Geld. Wie, man kann Schild nicht umfahren? Was ist denn hier los? Ach stimmt, haben wir nur einen Singleplayer. Erstmal kaufst du Dinger, glaube ich. Oder ist da schon eine Standardpackung drin? Okay, mach ich. Gott, der Traktor ist einfach nur so niedlich. Also erste Amtshandlung, wo kann ich ein Deutz kaufen, sobald wir Geld haben. Kommt, dann bitte gleich mal die Anfahrt. Äh, gut, dass wir können uns da auch noch mal ein neues Auto schalten. Das kann man ausschalten. Ja, ganz dringend. Äh, Anzeige, 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 Anzeige. Wo könnte... Wo könnte die Anzeige vom Streuer sein? Also, ich glaube, der ist leer. Kauf mal ein Päckchen Streu. Ja, bitte steigen Sie jetzt ein. Da ist nix, der ist leer. Danke, Jan. So, da wir so viel Diesel verbrauchen, mache ich erstmal aus. Dann kann man uns wahrscheinlich auch besser verstehen, wenn ich den Traktor ausmache. Ja. Pferdefutter, Pferdefutter, Weizenfutter. Dünger. Kalk. Ne, ich weiß nicht, ob die kalken kann. Ja, ich weiß nicht, ob die kalken kann. Ach ja, und Palette ist dann flüssig. Moment, was für ne Zorte zieht das Ding? Äh, das gibt eigentlich den ganz normalen Dünger, aber... Sack mit Blatt. Sack mit Blatt, und? Was ist Sack mit Blatt? Das ist Flasche mit Blatt. Der Kalister. Das ist Sack mit Blatt. Ach ja, die gute alte Palette. Gut. Seht. Ah, Sack mit Blatt, okay. Ähm, Abdeckung öffnen. Dünger Streuer befüllen. Dünger Streuer befüllen. Ist leer. Noch eins? Ja. Offensichtlich braucht er wohl mehr. Aber wir hatten noch nie einen Düngerstreuer, der nicht wenigstens zwei Packungen gegessen hat. Ja. Wo sind die Dünger? Ja. Wo sind die Dünger? Hab's schon. Jetzt wüsste ich, dass der Gas gibt beim Befüllen. Ich weiß zwar nicht warum, aber er tut's. Ich hoffe, dass es reicht für die erste Übung. Aber brauchen wir dann nicht so einen komischen Unkrautspritze oder Unkraut-Jäte-Apparatur, wenn du wirklich von Anfang an mit Unkraut machen willst? Wird uns das Spiel sagen, wir sind gerade sicher? Bist du dir da sicher? Das Spiel hat uns jetzt noch nicht mal verraten, wie es funktioniert. Und wenn man versucht, den Wofum zu nennen, kann man das Spiel abschließen. Ja, wir werden es sehen. Also das heißt, ich muss es jetzt auch noch nicht düngen. Ja, wenn du sagst, es ist gekalkt, dann brauchen wir es nicht düngen. Weil Kalk und Dünger sind dasselbe. Ja, nachdem noch nichts gewachsen ist, brauchen wir es auch noch nicht düngen. Ja. Dann können wir ja gleich mal testen, wie gut sie an der Synchronicität gearbeitet hat. Gibt es die alten Solarplatten, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Die wären natürlich dann die erste Option, ne? Eine Solarfarm aufbauen. Äh... Äh, nein, ich finde sie nicht mehr. Verdammt. Das Passiv... Der Passiv-Millionär-Modus ist all aber rausgeflogen. Sicher? Ach ja, stimmt. Lautstärke-Fahrzeuge, da könnte man mal ein bisschen runterstellen. Äh, Lautstärke-Umwelt könnte man auch ein bisschen runterstellen. Äh, Lautstärke-Menü... Machen wir mal auf 20. Weil soweit ich weiß, hat sich der Michi vor einiger geraumer Zeit darüber beschwert, dass es zu laut ist. Dass man es kaum versteht. Wenn er nicht inzwischen sogar schon geflüchtet ist, weil es so laut ist. Radio-Bereich nur Fahrzeug. Radio aus. So. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das Spulen gleich wieder war. Äh, in den Einstellungen. Ja, ja, das ist mir schon klar. Aber wo? Denk dran, Wagen zu wachsen überhaupt schnell. Äh, hier. Pflanzenwachstum schnell. Und... Läuft. Läuft. Das Menü hat sich so verändert, dass ich nicht mehr sehe, was Sache ist, ne? Früher hat man es im Hintergrund noch irgendwie gesehen. Ey, Michi, bist du noch da oder habe ich dich schon weggeekelt mit meinen Geräuschen? Ich habe mal gehört, dass es ein Spiel ist, was sehr beliebt zum Einschlafen ist. Ja, es kann auch sein, dass er weggeknackt ist. Wäre jetzt nicht so ungewöhnlich bei der spannenden Tätigkeit, die wir verursacht haben. Also sprich, äh, nichts verstehen, nichts rallen. Können wir wieder ein paar Gesichtsspassenen machen. Und, hat sich auf dem Feld schon was getan? Nein. Nein. Natürlich nur in meiner Ansicht. Oh je. Also wir kall kennen ja gewisse Dinge, die ein Landwirtschaftsmonator in der Vergangenheit getan. Ja, Zahnradtraktor. Es wächst! Es wächst! Oh mein Gott, es wächst dazu. Es sieht sehr unkrautig aus. Stopp mal. Oh mein Gott, es sieht tatsächlich so aus, ja. So, habe echt Zeit. Okay, alle Felder der Map, außer ein paar, sind jetzt verunkrautet. Großartig. Das heißt, was machen wir da jetzt? Das Unkraut aus. Nein. Was? Wir schlagen mal im Farmerhandbuch nach. Okay, schlag im Farmerhandbuch nach. Ähm. Kann man das so opfen? Säen, Ernten, Wurzelfrüchte, Wurzelfrüchte, Rettich, Baumwolle, verbesserte Ertrag. Man kann nicht pflücken. Was davon ist jetzt Unkraut und was nicht? Ähm. Sind die lustigen kleinen grünen Haufenblättchen Unkraut, oder? Ich glaube. Ja, ich glaube auch. Das sieht ein bisschen aus wie Unkraut hier. Ähm. Um mal das zusammenzufassen, was das Spiel kann. Es gibt ein Maximalfonus von 65% auf den Ernteabraten. Klingt geil. Will ich haben. Davon, die bestehen aus zweimal Dünn, jeweils plus 25%, und alle drei Ernten mit Kalkdünn, plus 15%. Oh Gott, das klingt so komplizierend. Auf den Kalkdünn, das darf ich nicht mehr brauchen. Okay. Und auf der Gegenseite gibt es einen Ernteabzug von bis zu 35%. Shit. Dabei bewirkt Unkraut minus 20% und ischt Pflügen nach einer Ernte von Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben oder Zuckerrohr minus 15%. Scheiße, wir brauchen einen Pflug. Ja, aber auch nach der Ernte. Offensichtlich. Okay. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich erstmal so ein Entkrautungsding und eine Spritze. Weil das Entkrauten geht wirklich nur am Anfang. Und dann später muss man es kaputt spritzen, soweit ich es verstanden habe. Ähm. Blablabla. Ich gucke mal, ob ich Spartanus richtig gegen rechts her. Brechen geht nämlich, glaube ich, nur bei Jungpflanzen. Der Striegel, der damals so komisch, der damals einfach nur ein Ersatzdünger war. Ja. Entherrnst du unkraut von Feldern mit jungen Getreidepflanzen? Jung. Betonung auf Jung. Das heißt, es geht nur einmal. Ja. Es geht nur einmal. Nur während der ersten Wachstumsphase der Pflanzen. Ja, sag ich doch. Geht nur einmal. Die Konstruktion sieht so präsent aus. Ich glaube, es gibt an den Städten und die Städte und die Dünger. Ja, aber wir haben schon die Dünger-Schleuder jetzt. Ich bin schon dabei. Ja, ich glaube, es liegt definitiv an mir und dem Euro-Truck-Simulator, das Steuerverhältnis. Weil im Euro-Truck-Simulator tut alles immer noch nachlenken und nachrollen. Das tut es hier halt einfach gar nicht. Also so, wenn du den Lenkeinschlag reinmachst und rückwärts fährst, wird es langsam weniger. Und stehen tut ja auch nur sehr selten, der LKW. Aber hey, wir haben hier wenigstens an der Stelle, wo wir jetzt gerade sind, viel Potenzial, das Feld einfach größer zu ziehen, glaube ich, oder? Ja. Ich glaube, es ist ein paar Sachen, die sind relativ groß. Ich bin ziemlich schlau gewesen bei der Idee. Ich stelle einfach mal alles hierher. Ich bin ziemlich schlau gewesen bei der Idee. Ich bin ziemlich schlau gewesen bei der Idee. Alter, ich bin auch gestresst, ey. Ja, ihr seid echt schlau, wisst ihr was? Ich komme da jetzt nicht mehr ran. Warte, ich helfe mal kurz. Mal schauen, ob die Autos immer noch so unschiebbar sind. Scheiße, die sind immer noch so unschiebbar. Mist. Ich habe nur von der Straßenseite her das Ding wegschieben. Nein, ich habe eine andere Idee. Hier gab es doch irgendwo Verkehr aus. Genau. Weg damit. Nichts. Ich bin irgendwie der Autofahrer. Wenn es nur im echten Leben so cool wäre. So vorwegen. Und der Auto steht im Weg. Einfach Verkehr ausmachen. Wobei es wäre ziemlich unpraktisch, wenn du auf der Autobahn fährst und irgendjemand den Verkehr ausmachst. Plötzlich bremst du mit dem Hintern. Gott, ich habe vergessen, dass ich jetzt gerade fahren muss. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Grün-Drezzierte. In der Hoffnung, dass das nicht in der Schiene fährt. Oh. Wo wird sich relativ frei? Ja, ich glaube, deswegen fahre ich grundsätzlich immer nur Mähdrescher. Da sieht man gut, wo man hinfährt. Was du nicht sagst, Uwe. Was du nicht sagst. Ah, Dreck. So. Senken. V. Oh. Mindestens das ist noch richtig. Und drei. Macht das was? Ja, es macht was. Moment, stopp, 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 stopp. Weißt du, wie sieht das alles aus? Nein, ich glaube, es ist nicht sicher. Warte. Ja. Und die ganze Scheiße hier. Das ist heilig, weil wir uns alle gut machen. Die ganze sind auch nicht gemeint. Nur das Wuchte raus. Heilige Scheiße noch eins. Das könnte Spaß machen. Das Farmerleben ist großartig. Mit Unkraut. Und ich habe gedacht, das eine wäre schon Mais gewesen. Aber gut, dann sah das nur aus wie Mais. Ach, ja. Ja. Vielleicht hätten wir doch beim 17er bleiben sollen. Das ist alles so kompliziert. Ich nenne das kompliziert. Ich möchte mich noch mehr darauf konzentrieren und in irgendeiner Form brauchbar gerade zu fahren oder auch nicht. Ich bin froh, dass wir so einen Traktor haben. Mit einem größeren wäre das echt kompliziert geworden. Also ist das so eine Irritation von mir oder war das beim Landwirtschaftssimulator nicht eigentlich auch so, dass der nachgelenkt hat, wenn man Gas gegeben hat? Ich hab keine Ahnung. Weil ich komm mir vor, wie jetzt würde ich mich hier totkurbeln. Ja, ich hab halt gar nicht getroffen. Oh ne. Gott, ich kann's halt nicht. Kein bisschen. Was soll denn der Scheiß? Wird's total schief und krumm und ähh. Ja. Das gibt's nicht schon. Wir kaufen uns gleich so. Ja. Da wird's zwischendrin nicht Eurotrack-Simulator spielen. Kann ich hier den Scheiß wieder anspielen? Ja. Bin ich. Wobei, woher wir sind? Ich bin sicher nicht gewohnt. Ich bin ich zuerst. Ich bin zuerst. Ich bin zuerst. Doch das ist echt noch ein Problem. Und das ist jetzt nicht so ein Problem. Es geht nicht mehr so ein Problem. Das ist jetzt schon ein Problem. Aber ich bin damit... Ich bin damit ein Problem... Ah, das spielt total schief. Blamieren für Anfängern Fortgeschrittene. Wie man den neuen Landwirtschaftssimulator nicht spielt. Gezeigt von eurem lieben Waschbären. Oder eher gesagt von eurem Lieblings Waschbären. Das unterstelle ich euch jetzt einfach mal, dass ihr mich so toll findet, dass ihr keinen anderen Waschbären anschaut. Wenn ihr mich anschaut. Ah, so eine schöne Vollfeldlinie. Ich wünschte, ich könnte sie gerade fahren. Irgendwo hatte ich eine Stelle vergessen. Da muss ich jetzt nochmal hin, Traktoren. Boah, das ist da hinten. Also. Du, Pflanze. Du kommst mit. Nein, so weit. Du, Pflanze, kommst auch mit. Und dann rechts. Da oben ist noch eine, die will ich auch noch haben. Komm her, du Sau. Ich mach dir den gar aus. Du wuchst mir mal, ich fällt nicht zu. Du Dreck, Sau, du Dreckete. Ja, daran merkt man wieder, dass ich definitiv auch bei der Schüsse blüte. So. Ja, so. Für deinen Arbeiten ist es haltbar. Ja. Richtig. Super schwer. Ups, das war der falsche Knopf. Welcher war ich noch gleich? Ich glaub, der hier. Hey, vielleicht kann man ja bei den anderen Feldern als Auftrag Unkraut jeden kriegen. Da könnte man... Da könnte man Asche einsammeln, ein bisschen. So. Lass mal gucken. Gibt es doch bestimmt, oder? Das war bei dem zweiten Blatt, glaub ich, oder? Nee. Da war es schon mal neat. Hier, die komischen Papiere. Spritzen, Spritzen, Ernten, Unkraut bekämpfen. Transportieren, Ernten, Transportieren, Ernten. Unkraut bekämpfen. Das klingt gut. Auf welchem Fels? Zwölf. Für 242. Entferne kleines Unkraut auf dem Feld 12 mit einem Striegel. Nutze deine eigene Ausrüstung. Du kannst sie auch mieten, wodurch deine Belohnung aber nur 224 Blatt beträgt. Ja, können wir machen. Äh, wie nehme ich das jetzt an? Mietobjekte... Vertrag akzeptieren. So. Und... Zurück. So, Feld 12. Wo ist Feld 12? Drücken wir mal 9 und finden raus, wo Feld 12 ist. Feld 12, wo bist du? Ach du Scheiße, das ist nicht weit weg. Ich hoffe, da kann man einfach über die Straße... Doch, da müsste man über die Straße hinkommen. Oder? Ja. Ja, man kommt über die Straße hin. Ist schon blöd, wenn wir nur einen Traktor haben. Das hätte man sagen können, so kannst du ja mal in der Zwischenzeit irgendwie was anderes tun oder so. Aber ich wüsste jetzt auch nicht was. Ja. Naja, man könnte jetzt noch einen Ernteauftrag mit dem Mähdrescher annehmen, aber nur, wenn es Mais ist. Äh, was haben wir denn eigentlich auch? Das war der Theoriener, was ist das doch, glaube ich... Ach nee, es ist noch weiter. Ich glaube, da müssen wir noch weiter fahren. Habe ich mir fast gedacht. Was war das jetzt? Feld 12, oder? Ja, ja, zum Beispiel. Dass da kein Fortschritt ist, weil ich... Irgendwie falsch bin. Glaube ich. Warte, sicher, das ist 12er? Ganz sicher, ich habe das Menü vor mir. Dann bin ich ja völlig falsch. Dann hätte ich einfach bei dir nur geradeaus runterfahren müssen. Verdammt. Kommt davon. Sag ja, Waschbären können nicht lesen. Und dass du mir jetzt auch erst sagst, es wirklich schon zu spät ist, Mensch. Ich wollte jetzt zu... Ich habe die ganze Zeit mit 12. Ja, aber ich habe irgendwie Probleme mit dem Zählen oder so. Aber was ist das Beispiel? Ja, es ist immer wieder spannend. Äh. Hoffentlich gibt es hier kein Schadensmodell. Jetzt muss ich auch noch jedes Mal Traktor reparieren, wenn ich gefahren will. Ja, richtig. Und Strafzettel gibt es auch keine Wegegeschwindigkeitsübertretung, weil Waschbären zahlen kann die Strafzettel. Da bin ich jetzt hier richtig. Wahrscheinlich auch nicht. Nein, nein, nein. Hier lang. Hier lang. Hier nicht raus. Hier sind die Strafzettel. Folge dem Menschen. Krieg dich, Mensch. Ich ahne Schreckliches. Wahrscheinlich musst du in Zukunft auch mit einem Waschbär-Skin in Minecraft rumrennen. Waschbär! Ich finde es spannend, wie sehr du dabei lagst, wenn du rumläufst. Sieht eher aus wie fertiger Lok mit Motorradbewegung. Ist das mein Feld? Äh, 12, das ist super. Ah, 12, dahinter. Ach, Fruchtzerstörung ist doch aus. Und wenn die Nachbarn kaputte Früchte haben, verdienen die weniger, nicht wir. Okay, hier ist ja auch noch aus. Okay, hier ist der Feldangfang. Hier auf. Hier auf. Hier auf. Ja, ist ja auch noch ausgesappt mit so einem Scheiß, ne? Wie geht's? X! Was soll das denn jetzt? Zeigt mir an, das Feld gehört nicht mir und dann irgendwie lenkt das Ding einfach weg. Wir haben doch eine Aufgabe, das zu bearbeiten. Ja, deswegen kann ich trotzdem, das Feld gehört nicht mir und das hat bearbeitet. Das ist der Witz dran. Immer schön auf die Rasenkante achten. Dann kriege ich vielleicht auch die erste Spur einigermaßen geradig hin. Ich und mein Traktor werden noch die besten Freunde. Wir sind nämlich beide sehr klein und deswegen passen wir gut zusammen. Kleiner Traktor, kleiner Waschbär. Könnten beste Freunde sein. Hey, aber einen Vorteil hat es, wenn die Zuschauer jetzt mal gesehen haben, was für Passwort ich drin habe. Wir können es ja als Lohnunternehmen einstellen. Wir können sich dazu zwingen, für uns zu arbeiten. Nein, ich wollte doch gerade aufs Feld fahren, du verdammter Traktor. Jetzt ist er wieder weg, der Mensch. Er wuggeniert wahrscheinlich gerade wieder was. Das machen Wuggenatoren so. Die wuggenieren Dinge. Ich komme mir vor wie ein betrunkener Waschbär. Keine gerade Linie kriege ich hin hier. Waschbär. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Irgendwann schaffe ich das. Irgendwann bin ich wieder voll der Pro-Gamer. Aber das dauert noch seine 500 Jahre. Aber so alt werden Waschbären glaube ich gar nicht. Irgendwann, wenn ich mal ein großer Waschbär bin, bin ich eigentlich schon ein großer Waschbär. Die Frage ist nur, ob ich als Waschbär wenigstens Wäsche waschen richtig gut drauf hätte. Aber auch diese Frage kann ich nicht beantworten. Weil es gibt keinen Waschmaschinen, einen Waschbären, Waschsimulator, glaube ich zumindest. Ja, das Feld gehört immer noch nicht mir. Das weiß ich. wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern. Waschbär 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 Ich glaube, so langsam kriege ich das mit dem Geradefahren vielleicht hin, aber nur vielleicht. Ich habe da so eine Theorie. Und zwar, dass ich irgendwann mal gerade ausfahren kann. Wenn ich noch eine ganze Weile übe. Wie man gerade ausfährt. Das ist auch der spannendste Start, den man, glaube ich, haben kann. Ich fahre auf andere Leute Felder rum und ziehe da und Kraut weg. Aber wir haben es ja so gewollt. So ganz ohne alles. Von der Pike auf. Den Passivgeldmacher, wenn es nicht mehr gibt, dann ist es natürlich untraktisch. Aber muss man halt mehr arbeiten. Weil es war immer ganz gut, um die Unterhaltskosten für die Maschinen irgendwie wegzuschrumpfen. Aber vielleicht gibt es ja noch irgendwas in der Richtung, das wir einfach nur noch nicht haben oder nicht gefunden haben. Bei den ganzen neuen Einstellungen und den ganzen neuen Menüs und so weiter ist es tatsächlich so, wie als hätte meine Landwirtschaftssimulator noch nicht gespielt. Obwohl ich seit dem 2013er, glaube ich, dabei bin. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Der 2013er, glaube ich, mein erster Landwirtschaftssimulator. Also es wäre jetzt nicht so, als wäre ich der absolute Landwirtschaftssimulator-Noob. Aber irgendwie hat sich halt einfach alles verändert. Also der Sprung von dem vorherigen bis zum jetzigen ist schon echt hardcore. Das ist deutlich merkbar, dass da was anders ist. Fahrverhalten ist anders. Menüs sind anders. Aufträge finde ich cool, dass es jetzt gibt. Also im Multiplayer. Das ist klasse. Auch wenn dir jetzt blöderweise nur einer was machen kann. Und das jetzt gerade vorkommt, wie er jetzt mit den Singleplayer spielen. Wahrscheinlich steht der Vuginator irgendwo rum. Und freut sich seines Liebens, weil er zuschauen kann, wie der kleine Waschbächer die ganze Zeit rauf runterfährt. Und er selber gar nichts machen kann. Ich glaube, das stört den nicht. Der spielt halt in der Zwischenzeit wieder zehn andere Spiele gleichzeitig. So wie er das immer macht. Und wenn er AFK-Fischen tut bei seinem komischen Online-Game. Das laut seiner Aussage zu 90% aus AFK-Fischen besteht. Ich würde mich mal interessieren, warum man so ein Spiel spielt, wenn es 90% aus AFK-Fischen besteht. Das ist ja wie Cookie-Clicker. Bloß noch langweiliger. Wobei ich habe Cookie-Clicker noch nie gespielt. Deswegen kann ich nicht sagen, ob Clicker langweilig ist. Aber ich schätze mal, dass es langweilig ist. Weil es sich ja von selber klingt. Eine gerade Spur, bitte nur eine gerade Spur. Wobei es bringt gar nichts, zu versuchen, eine gerade Spur zu fahren. Die vorher waren ja auch alle schief. Also selbst wenn ich eine gerade Spur mache, dann habe ich ja mir eine trotzdem schiefe Sache. Konzentriere mich einfach darauf, dass der Rechen möglichst mit Unkraut vollgestopft wird. Dann geht das schon. Ist ja zum Glück nicht der Landwirt, wo man richtig sieht, wie man Scheiße baut. Weil die ganzen Feldstriche so schief und krumm sind, dass man sich fragt, ob der alkoholisiert am Steuer gewesen ist, der Traktorfahrer. So krass, wie die Linien erzogen sind. Den Landwirt habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Aber das ist kein Wunder, der hat keinen Multiplayer. Und Singleplayer ist Landwirtschaftssimulation und spielen irgendwie ein bisschen langweilig. Meiner Meinung nach. Also das ist das, was der Landwirtschaftssimulator so großartig macht. Dass er einen anständigen Multiplayer hat, wo man sich gegenseitig langweilen kann. Mit Feldarbeit. Ach, Traktor. Ich finde es toll, dass du immer dahin lenkst, wo ich nicht hin will. Das ist echt schön von dir. Ich mag dich. Wenn du doch nur einmal schön an die Feldkante ranfahren würdest. Ich komme mir vor wie der letzte Depp. Ah, vielleicht habe ich nur wieder irgendeine Option übersehen. Vielleicht kann man das ja einstellen. Das mit dem Längen. Oder vielleicht bin ich das jetzt einfach nur vom Euro-Track-Simulator tatsächlich so furchtbar gewöhnt. Dass man nicht einschlagen muss. Wenn man nicht mehr lenkt. Dass es dann automatisch wieder gerade zieht. Aber sie haben ja auch gesagt gehabt, dass sie in der Fahrphysik was geändert haben. Und man merkt es auch, weil der Traktor nämlich arbeitet. Das hört man auch am Motor, dass er immer mal ein bisschen mehr brüllt und ein bisschen weniger brüllt. Also der kämpft schon. Das haben sie früher nicht gemacht. Das haben sie früher nicht gemacht. Das haben sie früher nicht gemacht. Ich bin so schweigsam. Das liegt daran, dass ich mich so furchtbar konzentrieren muss. Mehr als beim Euro-Track-Simulator. Ich weiß auch nicht, warum. Normalerweise habe ich ja immer viel Zeit zum Schluss erzählen. Aber irgendwie klappt es nicht so richtig, wenn ich versuche, hier einigermaßen gerade drüber zu fahren, was mir ja nicht wirklich gelingt. Ich bin da immer richtig neidisch auf die NPC-Helfer. Die können immer so schön gerade fahren. Ich kann das nicht. versuche immer nur einfach alles mitzunehmen, was mitgenommen werden muss. Ich bin da immer so schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schneller, kleiner Traktor, schneller Hallo, Vugnator, bist du wieder da? Ja Okay Wie geht's dem Feld? 58% Rutschritt Fällt es so vor sich hin? Ja, ich komme mir jetzt schon vor, wie als würde ich echt noch sehr, sehr lange brauchen Ich glaube, die Leute sind alle schon eingeschlafen Natürlich Ich bin auch schon fast im Schlaftablettenmodus unterwegs Ich habe es auch bisher noch nicht geschafft, eine Spur anständig geradezuziehen, irgendwie Das ist immer alles schief Ich suche gerade auf der Map in den Zuständigen haben Ja, vielleicht ist das ja, weil ich vorhin, als sie gefragt hat, ob ich die Controllersteuerung einhaben will Habe ich gesagt, nö, weil ich ja normal mit Tastatur spiele Also vielleicht ist ja in der Controllersteuerung dieses automatische Zurücklenken drinne Aber in der Tastatursteuerung standardmäßig nicht Wäre ja möglich Hier kann ich automatisch zurücklenken Na, wenn du die Taste nach links loslässt, oder nach rechts loslässt, dass er dann, wenn du Gas gibst, langsam wieder die Räder nach vorne stellt, äh, gerade stellt Dass du das nicht selber machen musst, sondern dass er wirklich nur dann einschlägt, wenn du auch lenkst Äh, ja Macht er bei mir nämlich nicht Der hält den Radstand Ich glaube schon Warte, ich probiere es mal aus Ah, wobei, nee, tut er nicht Er lenkt bloß sehr spät weg Gut, dann bin ich es einfach nur vom Land, äh, vom, 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 äh, Dings vom Eurotrack-Simulator gewohnt Diese ganze komische, anders steuernde Sache Weil, wie gesagt, es gibt beim, äh, ETS gibt es auch keinen, äh, keinen wirklichen Stillstand Wenn du es nicht präzise versuchst, zu stehen zu bleiben Dann rollt der Truck noch ewig nach Der bleibt erst stehen, wenn du wirklich versuchst, ihn zum Stehen zu bringen Also ich glaube, die Steuerung von dem Spiel hier ist einfach viel zu unsensibel im Vergleich zum ETS Würde ich behaupten wollen Das ist mir halt nie aufgefallen, weil ich es so direkt im Vergleich noch nie hatte Weil normalerweise habe ich ja entweder Landwirtschaft-Simulator gespielt oder nur, äh, Eurotrack-Simulator Also beides zur gleichen Zeit hatte ich noch nie Irgendwie finde ich es ein bisschen arg blöd, dass wir keinen Ernteauftrag für Mais haben Also wir können doch dieses, äh, kaufen Äh, ein normales Schneidwerk Ja, dann kauf Ja, dann kauf doch ein normales Schneidwerk und schnapp dir eins von den, von, von den Ernteaufträgen Dann kommt wenigstens noch mehr Geld rein und wir müssen auch kein Mais sehen Wenn, äh, weil so wär's ja so Am Ende gehen die Maispreise kaputt und es bringt uns nichts, dass wir Mais ernten können Wenn wir noch Platz für ein Schneidwerk haben, kauf mal ein Schneidwerk Würde ich behaupten wollen Ähm, wir schauen mal wie es rauskommt welches Wir haben den TX-32 Schneidwerk ist TX-32 Musst du nicht nachgucken? Wieso? Das ist Schneidwerk, das ist ja mehr Wasser Ja, das ist doch meistens so, dass die, dass die Gebisse von nem Fremdhersteller sind Zumindest hab ich so das Gefühl, weil bei unserem Alten war das ja auch so Das, das vom, von dem, äh, großen Mähdrescher Das war ja auch nicht das, zum, zum Mähdrescher selbst dazugehörende Das war ja auch von der Fremdfirma Ähm, Dragon Blue ist ein bisschen schwierig Was? Dragon will mit in den Stream Äh, dann soll ich ihn, kann ich ihn mitnehmen? Ja, hol ihn hoch Hallo Drachenjunge Hallo Darfst auch mal auf das Bequem-Admin-Sofa Genau Ich darf auf das Bequem-Admin-Sofa, na super Ja, du wolltest doch unbedingt, äh, äh, beim Waschbär dabei sein Hab ich gehört Ja Und? Ich will uns dir ehrlich sagen, dass es ab und zu Sokundig ist jetzt deine Mutgewehr, wo er im Stern trägt Und ab und zu, man sagt ja immer vorne Ich weiß, das ist, das ist halt das Ich weiß auch nicht, an was es liegt Ob ich jetzt weiter vorne sitzen muss Oder weiter hinten sitzen muss Ab welchem Zeitpunkt dieses Face-Tracking von der Kamera richtig gut ist Allerdings finde ich am besten die Gesichtsspasmen Auch wenn die, äh, bei den vorherigen Einstellungen immer besser waren Also so beim Trinken oder so Wo ich dann so richtig schönes Maul aufgerissen hab Und dann so richtig schön abgespackt hab Ähm, wahnsinnig, weil ich noch was zurücksteckt hab Aber ja Das ist ja auch nicht ehrlich zu haben Das ist falsch Ja? Okay Wie gesagt, ich hab keine Ahnung, was mich Was mich so irritiert Ist es, dass der Eurotrack-Simulator Einfach unrealistisch steuert Oder ist es, dass, äh, es einfach anders steuert Weil es ein Traktor ist Oder Was ist der Unterschied? An sich, das wird realistischer Okay Das heißt, ich bin bei dem anderen einfach nur auf extreme Softie fahren eingestellt Und deswegen Ähm Ja An sich auch ein reales Fahrzeugkontakt Wenn du auf der Stelle stehst Und die Räder zurückgerät bist Brauchst du entweder extrem viel Kraft Oder Es geht extrem, extrem über die Lenkunterstützung Ja, Traktoren haben keine Lenkunterstützung Ah Die Modernen haben ja auch kein Lenkrad, sondern Joystick Glaube ich Ja, es gibt Traktoren, die haben einen Joystick Dann haben Dann haben Dann haben Dann ist ein irgendein Problem noch die inzwischen fliegende Variante Also ich weiß Also die haben dann Also ich weiß zwar nicht, wofür der Joystick ist Aber Traktoren haben gern auch mal einen Joystick Das ist dann fast wie Flugzeug fliegen Äh, ist ja scheiße Soll das heißen Ich muss jetzt hier erstmal fertig machen Und dann kann ich dir dabei zuschauen Wie du das Feld raterst Das ist ja toll Du kannst das Zeug wegfahren Ja, stimmt Das kann ich Da hast du vollkommen recht Ja, nee, jetzt bin ich so lange übers Also fahre ich jetzt schon so lange übers Feld drüber Ich glaube, da ist es wegfahren dann doch schöner Mal ein bisschen Landschaft gucken Ein bisschen die Schnauze aus dem Fenster halten Und ein bisschen schnuppern Oh Gott, ich glaube, ich gehe voll in meiner Rolle auf manchmal Uist, manchmal, uist Uist, uist Was? Hast du das Gefühl, ich bin immer ein Waschweer, oder was? Ja Ja? Okay Ich bin immer ein Waschweer Was ist denn deine Referenz vor einem großen Waschbeer? Ist das dann nicht ein Panda? Was? Ein großer Waschbeer ist ein Panda Das heißt, wenn ich mal groß bin, bin ich ein Panda? Ja Nee Aufsicht, aufsicht, äh, fällst du in den Schnee Dann bin ich den Eisweer Ja, wahrscheinlich Aber da müsste ich ja dann eigentlich schon In einem zugefrorenen See einbrechen Damit ich ein Eisbeer bin Was ist welcher ein Schneebeer? Lässt sich aber hier Ja, dachte ich mir Für Leute, die gerne gefoltert werden Oder irgendwelche statistischen Züge an sich haben Herr Professor Dr. Dragon Ist gerne dazu bereit, sie anständig zu foltern Wenn sie das wünschen Wenn sie das wünschen Das klingt so, als wäre es beiwünsend Ja, natürlich Das muss schon jemand sein Der sehr sadistisch ist Damit er sich dir unterwirft Da muss man schon sehr, sehr, sehr Auf Schmerzen und Peinigung stehen Bei deinen komischen Ideen Mr. Stabsarzt Das klingt so, als wäre ich der absolute Psycho Natürlich bist du voll der Psycho Immerhin machst du dir Gedanken Über Menschen, die Säure auflösen Das ist nicht normal Die anderen Stimmen in meinem Kopf Sind sich einig Wir sind kein Psycho Ja, das dachte ich mir schon Dass die anderen Stimmen in deinem Kopf sich einig sind Aber das ist mir egal Ich bin Waschbär Als wenn ein Waschbär Deine Meinung interessieren würde Ich glaube nicht Frag doch mal einen Waschbär Der nicht ich ist Ob er sich für deine Ideen interessiert Das einzige, was er vielleicht machen wird Ist, sich für dich zu interessieren Wenn du ihm was Leckeres zu essen Hähnst So langsam habe ich das Gefühl Ich glaube, ich fahre zum ersten Mal richtig gerade Aber ich habe nur das Gefühl Sicher bin ich mir da nicht Hundkraut stehen geblieben Habe ich die letzte Bahn echt so schief gefahren? Ich kriege einen steifen Nacken Warum kriege ich beim Landwirtschaftssimulator Spiele eigentlich immer so einen steifen Nacken? Wahrscheinlich, weil das Lenkrad so hoch ist Da müssen wir mal so drüber gucken Ich habe schon die Theorie aufgestellt, Dragon Dass ich in Zukunft wahrscheinlich auch in Minecraft Mit einem Waschbär-Skin rumrennen muss Wenn es so weiter geht Soll ich dir dann doch den typischen Magda-Pussel hinten anbauen? Da kann ich doch diesen komischen Mod nehmen Den wir früher hatten Ja Man muss dann standardmäßig überall Tails installiert sein Damit ich auch einen Puschelschwanz und Ohren habe Und am Ende kriege ich dann lauter Fanarts Mantis-Waschbär Bei Minecraft-Spielen und im Traktor sitzen Am besten so einen würfelförmigen Traktor Dann als Fanart Aber dazu bräuchte man ja dann erstmal ein Postfach Und da ich sowieso keine Ahnung habe, wie man Dinge tut Und eine faule Sau bin Kann man mir wahrscheinlich immer ein paar Formenpost schicken Das ist krass, ich bin seit 20 Weil du kannst das wahrscheinlich gerade nicht sehen Wo du bei mir Nein, ich kann die Links nicht anklicken Ich klicke keine Links an Wenn du genau hinkriegst, wenn du draufkriegst, kommt das im Launch Ich bin offiziell Okay Sonst bocken wir mal im... äh, ich will bocken Um was geht's bei dem Thema? Ich will's wenigstens wissen Wenn ich's schon nicht anklicken Ach, ein komisches Remote auch Ach, ein komisches Remote Der Minecraft-Launcher hat sehr, sehr viele Easter Eggs Ah, der Minecraft-Launcher hat viele, viele Easter Eggs, okay Bistet, du darfst auf Jumos Ich bin bereit, Lava abzupunkten Yay Warte mal, die haben doch schnell Lava-Pumpe im Keller stehen, oder? Was? Haben wir das? Ja, ich glaube, haben wir Wo ist die da? Ich sehe keine Erfolge Und ich weiß, ich habe das letzte Mal eine Pumpe gebaut und hingestellt Aber wir haben geschlossen nichts Ich weiß nicht, was ich habe, hat einen benachbarten Canyon abgefunden Aber hier im Canyon wirklich acht Punkt Benachbarter Canyon In unserer Reise der Heimler direkt irgendwo da rein Gleich kann ich mich selbst wiederfinden, wenn ich sehe, aber keine Ahnung im Canyon Das EU-5 ist der Netaleer zu bekommen Ja, das würde mich auch wundern, wenn ihr das schafft Das wäre ja so, wie als würdet ihr behaupten, ihr könnt den Netaleer saugen Ach, ihr könnt den Netaleer saugen Ja, genau Und die Minecraft-Welt ist endlos Ab drei oder vier Terabyte Festplatte Geschweige denn die Ladezeit der Welt Geschweige denn die Ladezeit der Welt Ich weiß ja nicht, wie lange sowas dauert, wenn man einen Karabait-Welt-Lad Also Also, wenn man alles mögliche an Döns weglässt Und das ganze Zeug so optimiert, dass es direkt nach Pimpy Chugs generiert werden Sofort alle Lava rausnimmt und es einfach nur kaufeln kostet Ja, kriegt man Sinn Richtig Gameplay-technisch, da kann ich das noch verjahre oder mitverbringen Mit Laden? Mit Laden und dann machen, ja Okay, cool Klingt sinnvoll Oder auch nicht Wenn man Spaß hat, dann jo Jo, wenn man Spaß hat Ah Abgeschlossen Echt jetzt? Ich bin noch nicht am Ende So, jetzt aber Okay Äh Vertraht Vertraht Ja, klar Die kosten keine Rückzahlung Keine Nicht verkaufte anlegen Keine Abspruch Juhu Verschwingt Jetzt soll die Welt weiter landen Und ich soll zurück zu unserem Haufen Geräte fahren und einen Hänger holen Ja Geräte, Haufen Und dann rausfinden, wo du rüberierst Und dann noch rausfinden, wo man es ablädt Weil, äh Ich werde mich so verfahren Gott werde ich mich verfahren Ich versuche mal eine B-3-Schale anzukriegen Äh, enter? Ja Nein Menschen können sowas besser als Waschbären. Nein, Handkrieg ist nur da aus. Ich habe eine Hand schaltet. Ach so. Du weißt doch, X und V und keine Ahnung, B vielleicht noch. Kannst aber alles durchprobieren. Dann nicht auf die Schläufe, die Spielsglarkommen. Ja. Habe ich alle schon hinter mir, zumindest zum Teil. So, jetzt logischerweise den Rechen direkt vor den Hänger stellen, damit man den Hänger nicht rankommt. Würde ich sagen, oder? Ja. Gut. Dann mache ich das mal so nicht. Ja, weg mit dem Rechen. Hallo Maisgebiss, ich wollte dich auch mal umarmen. Was, Maisgebiss? Ja, hier liegt ein Maisgebiss. Ich wollte einfach mal dagegen fahren. Das sah so interessant aus. Erinnere mich gar nicht, dass du so mit denen über die Hackschnitzel hast. Hackschnitzel? Du meinst Schnitzel aus Holz? Ja. Weil ich glaube, weil mir das nicht so heißt. Schnitzel aus Holz. Nicht zum Verzehr geeignet. Zumindest nicht für Menschen. Lieber wütend, die toll finden. Oh, es ist gut. Doch, Hackschnitzel haben wir problemlos essen. Letztens ist ein schöner Fazit, der Fichte. Ja, genau. Fazit, der Fichte. So, jetzt müssen wir noch mal M9 drücken. Und schauen, wo der andere Pfeil ist. Ja, Drang. Man kann auch Erdbeeraroma aus Holz machen. Das ist kein Problem. Das ist heutzutage in jedem Joghurt drin. Aber wirklich? Das ist alles der Erste. Ja, sag ich doch. Das ist heutzutage in jedem gammeligen Joghurt drin, der nicht so super duper mega Natur ist. Aber was ist schon Natur in der heutigen Zeit? Weil selbst Bio ist nicht Bio. Also wenn der Joghurt Geschmack hat, weißt du, es muss später schon. Richtig, dann hat jemand Holz reingeschüttet. Richtig, dann haben sie beim Aromasynthetisieren geschlampt. Hey, Wogan, weißt du, was mir gerade auffällt? Ein Sammelwagen. Kriegen wir noch einen Sammelwagen für 50.000? Da könnten wir ein bisschen Asche einsammeln. Wobei, die können wir glaube ich nicht verkaufen, oder? Ich glaube, die können wir nicht verkaufen. Wir haben keinen Ausladeplatz. Es gibt keine Scheune auf der Land? Guckern, wir müssen noch alles selber bauen. Eine Scheune? Ja, alles. Alles selber bauen. Ich bin wieder für Gesichtsspassmen. Gesichtsspassmen. Okay. Also ich weiß, dass es realistisch ist, aber ich würde es gerne umstellen. Was willst du umstellen? Das automatische, unrealistische, automatische Zurücklenken. Ach so, das hättest du auch gerne? Das automatische, unrealistische, automatische Zurücklenken? Hast du wohl gemerkt, was ich meine mit Das fährt sich voll komisch. Ja, auch das habe ich gemerkt. Aber man gewöhnt sich dran. Also ich kann den Traktoren, die bei uns im Dorf eingesetzt werden, mit Sicherheit sagen, die können viel zu schnell anfahren. Jo, die können ja auch mit 70 durch den Ort fahren. Mit was? Mit 70. Durch den Ort. Jo. So hört es sich zumindest bei meiner Mutter an, wenn sie da durchgefahren sind. Das Geile ist, wenn sie mit 70 um die Kurve fahren. Und es ist eine enge Kurve. Und es ist auch noch eine Spitzenkurve. Ja, und dann so richtig schön die Reifen noch schnarren. Weil sie es gerade so schaffen, noch auf allen vier Rädern zu bleiben. Das macht es nie. Aber naja, wenn sie gerade mal wieder irgendwelche Körne vom Feld geholt haben, ist es teilweise wunderschön, wie wir die Autos auf dem Parkplatz drüber. Ja, das ist ja super. Mal die ganze Ernte auf der Straße verteilen. Das bringt es. Aber Landwirtschaft wird ja in Deutschland nicht funktionieren. Da ist doch egal, ob was rausfällt. Also bei den Mankern ist es tatsächlich Peanuts. Ich glaube, ich bin zu geizig. Hallo, du kleiner gelber Elefant. Mach mal deinen Rüssel raus. Oder bist du noch nicht voll? Äh, halb voll. Wow. Das heißt, du kannst vier Bahnen in das Ding reinschieben. Das ist ja cool. Es ist Hafer. Also keine Ahnung, ob du das mit Deut ist. Aber du hast gerade den Rüssel sowieso auf der feuchten Seite, glaube ich, ne? Ja, für mich. Achso. Gut. Na, hoffentlich ist der Anhänger nicht so groß. Der ist ja immerhin doppelt so groß wie der Traktor von der Höhe hier. Fast. Du bist nicht gesehen. Ja, habe ich fast vermutet. Aber ich weiß,φier stopped. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da gehen ja vier Ladungen rein von dir, bevor ich weg muss Ja, dann weiß ich nur ein halber Boah, dann habe ich jetzt erstmal Pause, würde ich sagen Pause für den Waschbären Können wir wieder ein bisschen Gesichtsspaß mehr entwickeln Ich kann einfach nicht anders Ja, eigentlich könnte ich ja nebenbei mal gucken, ob Kommentare abgesondert worden sind Oh Gott, weiß jemand von euch noch, ist grün rein oder raus? Grün? Ja, grün ist rein, rot ist raus Ja, ich glaube auch Bin mir aber nicht sicher Bin ja farbenblind Rot ist... Ja, rot sollte raus sein Rot ist raus Das heißt, die Menschen-Hypnose-Dinger im Eurotrack-Simulator sind für raus und rein? Genau Ah, verstehe Ja, ich verstehe auch nicht warum Da ist es nämlich immer so, wenn diese komischen Hypnose-Lampen einen bestimmten Zustand erreicht haben Bleiben wir mal stehen Und starren die an Also irgendwie scheint auf Menschen eine ganz besonders gute Wirkung zu haben Kann mir nicht wirklich nachvollziehen, warum das bei denen so gut funktioniert Ich glaube, die sind wirklich eingeschlafen Aber ich würde auch einschlafen bei so einem langweiligen Stream Ganz ehrlich Ich habe das auch immer gemacht bei Curbyspace-Programm Wenn die Leute ganz besonders gut spielen können Also keine Explosionen zustande bringen Dann kann man dabei gut schlafen Habe ich festgestellt Passiert Also sprich, letztendlich ist Curbyspace-Programm nur dann so Dass du es als Wecker benutzen könntest Wenn es viele Explosionen im Stream gibt Hm Ach, Dunkelheit ist ungünstig Und trotz Ja, Dunkelheit ist ungünstig Ich finde, wir sollten das allgemeine Konzept von Licht abschaffen Äh, das ist dann aber permanente Dunkelheit Ja, da kann man sich nicht darüber aufregen Weil sich nichts mehr ändert Achso, okay Also First-World-Problems Warte Jawohl Wie war die Lug, die wir neugleich entwickelt haben Der Mensch stammt vom Apfel ab? Ja, genau Der Mensch stammt vom Apfel ab Bis auf ein paar wenige Die stammen von Curbysen ab Oder von Waffeln Deswegen ist auch die Erbsünde ganz so schlimm Weil Eva hat ja im Endeffekt Kannibalismus betrieben Der Apfel gegessen Und der stammt selbst ja vom Apfel ab Ja, aber ich bin mir sicher Dass mit dem Apfel was ganz was anderes gemeint worden ist in der Bibel Ähm Das Original ist, äh, beim Original kann es auch evil sein Eigentlich ist Apfel ein Übersetzungsfehler Natürlich ist Apfel ein Übersetzungsfehler Weil in Wirklichkeit haben sie von der verbotenen Frucht genascht Ne? Jo Von der verbotenen Frucht Ja, irgendwie im Lateinlichen ist es so Dass das Wort für Apfel und Böse Ähm In einer gewaltigen Form gleich ist Deswegen kann man nicht genau sagen Dann welches Wort das gemeint ist Es ist wahrscheinlich so, dass das Absichtlich genutzt wurde Weil es halt dann stilistisch im Mittel und so ist Ah Es ist halt beides Apfel und Böse Ach, in der Originalschrift stand bestimmt drinnen Sie haben so richtig schön ordentlich ihrer Natur freien Lauf gelassen Und dann festgestellt, dass das nicht gemacht werden soll Oder so Auch wenn ich nicht verstehen kann Wieso das nicht gemacht werden sollte Aber die Kirche hat da ja sowieso so Es ist auch seine komischen Ansichten gehabt Äh, zu gewissen Zeiten Da musste man ja auch angezogen Sich fortpflanzen Seid fruchtbar und vermehrt euch Ja, aber Äh Verbotene Früchte Da gab es keinerlei Einschränkung Ach, die haben doch alle einen an der Waffel bei der komischen Bibel Das Ding ist wieder vor in sich selbst Das ist vor allem das, was in sehr vielen Autoren auf sehr viel verschiedenen Zeitaltern stammt Genau Die ursprüngliche Idee war ja sowieso Seid einfach mal glücklich und nett zueinander Was wurde daraus gemacht? Ja, nö Die halten dann andere Glauben Wir müssen sie bekämpfen Schiebt euch gegenseitig riesig große Metallstäbe in die Körperöffnungen Oder in noch nicht vorhandene Körperöffnungen In neue Körperöffnungen Ja, erstellt neue Körperöffnungen mit Hilfe von Eisenstangen Menschen sind bescheuert Es ist halt wirklich so Man sollte meinen, der Mensch hat lange genug gelebt, um erkannt zu haben, dass Krieg keine Lösung ist Ich glaube, ich gehe jetzt mal wieder neben dem Elefanten herrollern Wir haben jetzt eine Windeltreppe Wir haben eine Windeltreppe Ja Großartig Das heißt, Schwindelanfälle beim Minecraft-Spiel Vielleicht sollte ich mich mit auf den Tiefomat einstellen, aber irgendwie bin ich zu faul dafür Ich bin schon ein sehr faules Tier 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 Ach, da sind wir hier zu wenig Kupfer Haben wir nicht immer zu wenig Kupfer? Ups Bist du schon leer? Ja Wow Ich muss echt einen großen Hänger gekauft haben im Vergleich Wo ist eigentlich die Anzeige von dem Tief? Ah, da unten 8.525 Also soweit ich weiß, gehen hier 21.000 rein Das heißt, da geht wahrscheinlich, so wie das aktuell aussieht, noch ein ganzer Haufen rein Bevor das voll ist Oh Der Erbe ist ins Bett gegangen, glaube ich Ich habe übrigens inzwischen rausgefunden, was der Erbe arbeitet Uh Ja, der ist Beikoch Cool Bei fair irgendwas Also keine Ahnung, was fair irgendwas ist, aber Er kocht bei Er kocht bei Ja, er macht kalt Küche Oh mein Gott Hat er auch ein Liefer-Service? Was für ein Ding? Liefer-Service Oh, ja, soll ich das wissen? Meinst du, ich frage ihn sowas, geschweige denn, dass ich ja keine Ahnung habe, wo der herkommt Also ich gehe mal davon aus, dass der auch aus dem ostdeutschen Raum kommt Glaube ich zumindest Ja, haben sie auch bei uns irgendwo um die Ecke Ja, sag ich ja Das alleine an seinem Sprach-Aussprache, meine ich Ach, waren die sogar in Leipzig? Irgendwie haben wir Leipzig-Werbe jetzt wahrscheinlich am ersten Mal Ich meine, das kennt ihr die halbe Welt Von alten Leuten Ja, genau, ich kenne immer die halbe Welt Ja, die meisten alten, äh, von meinen früheren Kameraden, die schon nicht mehr hier auftauchen, sind ja Österreicher und so gewesen Nee, hab ich nicht Er hat gerade zu mir irgendwas geschrieben Nee, hab ich nicht Was hast du nicht? Nö Also er hat nicht gesagt, dass er aus Leipzig kommt Ah, okay Entweder kommt er nicht aus Leipzig oder hat kein Liefer-Service Heiß wird zum Beispiel, er guckt immer noch Stream Vermutlich? Hi, Erbe Ah, er hat keinen Liefer-Service Scheiße Also, kannst du dir schon mal nichts von Erbe liefern lassen Blöd, ne? Ja, das wäre doch so das Erb-Mobil Kommt mit coolen Dingen Ja Vielleicht erbt er ja mal einen Liefer-Service Dann baut er einen Vergnügungspark drauf Genau Dann baut er einen Vergnügungspark drauf So gehört sich das Das wissen wir ja, dass das inzwischen so ist Erbt man eine Farm, baut man einen Vergnügungspark drauf Erbt man einen Flugplatz, baut man einen Flughafen Erbt man eine Burg Ja, genau Erbt man eine Burg, macht man das auch so Erbt man eine unberührte tropische Insel, macht man sie platt und baut einen Vergnügungspark drauf Richtig Stream einfach dein gesamtes Leben Ja, genau Also mit Facebook wird es sicherlich interessant, einfach mal beim Stream zuzuschauen Beim Schlafen meinst du? Man bräuchte Full-Buddy-Facebook Ja, das ist richtig Da bräuchte man dann sowas wie ein VR-Chat-Avatar Aber da gibt es ja schon so komische Videos wie Don't sleep in VR Also Was? Ja Es gibt Videos auf YouTube, die sich damit beschäftigen, dass Menschen im Virtual Reality-Chat einpennen Oder darin schlafen Was ziemlich dämlich ist, aber Menschen glauben ja auch, dass der Tempomat ein Autopilot ist Und fahren deswegen mit ihrem Wohnmobil gegen die Wand Also Mich wundert bei Menschen eh nichts mehr Wieso hat sich die Menschheit noch nicht selbst ausgerottet? Das dauert nicht mehr lange, die Natur arbeitet dran Ja, aber es muss doch schneller gehen Ja, das finde ich auch Und dann kommen die Waschbären an die Macht Also wenn, dann bitte die Marderhunde wie in dem Iron Studio Gibis filmen Weil die sind cool und haben Magie Ey, wer sagt denn, dass ich keine Magie habe? Ich kann machen, dass die Luft stiegt Und Wir haben schon wieder ein ganz großes Problem Oh Gott Also generell eines der vielen großen Probleme Ich stehe die ganze Zeit am Feld dran und schau blöd Ja, das ist auch ein großes Problem, damit bist du nämlich unproduktiv Ja Wir haben zu wenig Kupfer und wir haben zu wenig Proxiv, deswegen haben wir zu wenig Aluminium Und brauchen wir meine Kupfer für Aluminium Ja, aber man braucht immer Kupfer für Aluminium, ich weiß zwar nicht herum, aber Ich will eine Kupferröhre bis runter bauen in die Lave und dann die Lave direkt und so pumpen Das klingt so doof, dass es schon wieder gut ist Aber ich glaube, ich mache das anders und ersetze die Und ersetze einen Großteil der Flu-Tubes mit Lavatanks Weil Lavatanks bestehen aus Sand und Eisen Und Sand und Eisen haben wir Unmengen Ja, okay So kann man das natürlich auch machen Habt ihr eine bessere Lösung für dieses absolut skurrile Problem, was nur in meinem Kopf existiert? Natürlich, Dragon Du füllst Eimer rein, machst da Eimer-Kette Aber ich will doch jede Eimer-Kette ein bisschen in den Canyon bauen Wieso nicht? Du tust die Eimer in die Pumpe rein und die vollen Eimer wieder raus Also bräuchte ich Pipes und die Pipes brauchen wieder Aluminium Ja, aber das wäre eine Alternativlösung Du wolltest ja nur eine Alternativlösung haben Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich habe in keinster Weise gesagt, dass es funktionieren muss Weißt du, am Ende hast du die Hupe war? Äh, ich glaube auf H Oder auf Numblock Oder auf Numblock Null oder so Aber ich sehe schon, dein Rüssel hängt raus Ich komme ja schon Außerdem hört man die wahrscheinlich aus der Distanz eh nicht Warte, 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 es gibt einen Schock Ich sag ja, ich glaube das ist alles auf dem Numblock, das ganze Zeug Ich habe einen Schock vorstanden, wie wenn der Grasmäher mal nicht mehr anspringt Und du erst mit mir die ganze Zeit schocken musst, wirst du wieder angehen Äh, ist dein Rasenmäher lebendig? Also, wirst du dich nicht? Ja, das klang gerade so wie Ja, ich brauche einen Defibrillator, mein Rasenmäher springt nicht an Also bei letztlichem Laufwerd ist das das Ding Also, ich dachte dabei so mehr so Wenn du es geschafft hast, es wieder zum Laufen zu bringen Macht er Määääääääh Und frisst weiter alive naja, die antworten halt ja, die antworten halt sieht anders aus, wenn man die Zeit mit mir quatscht Halt die Fresse. Mäh. Genau. Du kannst tatsächlich genauso. Ja. Halt die Fresse. Mäh. Vielleicht solltest du deiner Schwester vorschlagen, dass sie in Zukunft einfach ruft. Ich hole den Schlachter, wenn ihr nicht die Schnauze haltet. Vielleicht klappt das ja. Die Schnauze werden trotzdem antworten. Mäh. Du meinst wohl eher so Mäh. Oder Mäh. 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 Backwood ist raus. Immer noch. Wisst ihr, was richtig irritierend ist? Wenn ich in meiner Facecam immer noch da bin, aber in real life in der Küche rumrennen würde. Das würde keiner mitbekommen, außer dass ich leiser bin. Du meinst unverständlich leiser. Nein, ich meine so, dass man mich nicht mehr hört in der Küche. Also wenn du wieder mal vom Kühlschrank erschlagen wirst. Ich werde vom Kühlschrank erschlagen? Aha. Ja, aber wieder regelmäßig. Na, manchmal. Es ist halt schwierig, diese Riesentür aufzumachen, wenn man so klein ist. Außerdem habe ich schon mal erwähnt, dass es mit Pfoten gar nicht so einfach ist. Okay, ich brauche mehr Sand. Dadurch kann ich dann mehr Lava herstellen für unsere gigantische Lava-Säule. Für Hochpumpen. Was? Du musst Sand herstellen? Du brauchst Sand, um Lava herzustellen? Wo kommt der Mechanismus hier den Kinn noch gar nicht? Nee, nee. Nee. Die Klausalitätskette war falsch. Die Klausalitätskette war falsch. Klaus, Klaus, Klaus! Nicht Klausalität. Kausalität. Das hat nichts mit Klaus zu tun. Der Klaus ist definitiv raus heute. Wo kommt der so? Das ist auch so der Klausalitätskette. So, und alle Leute, die den Stream irgendwann mal in der Zukunft sehen, die Klaus heißen, bitte schreibt in die Kommentare unten rein, ich bin hier. Ich will wissen, wie viele Klaus hier schreiben. Oder ich bin hier schreiben. Oder ich war hier. Ja, oder ich war hier, genau. Das ist auch natürlich, also und wehe, es schreibt irgendjemand erst da unten rein, dann kriege ich die Krise, dann lösche ich das. Dann löscht doch komplett YouTube. Genau, ich lösche ganz YouTube und das Internet auch noch mit. Ach ja. Ich bin mir gefragt, wie sinnlos die Aktion ist, weil wir haben dann erstmal ewigkeitenlang einen gigantischen Lama-Waffer, den wir nicht nutzen können. Ja, das klingt irgendwie doof. Wir können die Lama irgendwann nutzen. Man kann die Lama von Anfang an ganz gut nutzen, wenn man sich die Mühe macht, ganz viele Eimer kaputt zu machen. Oder? Nein, ich glaube, das war bei Sky so, dass die Eimer gefressen worden sind. Ja, wir fressen eigentlich keine Eimer. Bei Sky ist es nämlich so, dass die Öfen Eimer fressen, glaube ich. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. ich weiß jedenfalls, irgendwann hat mal jemand Eimer gefressen. ausdehrende Eimer passt wieder nach Capability. Ansonsten tötest Sky in die Eimer. Ah, okay, ja dann, logisch. Ja, ja, es ist immer so, Sky benutzt Capabilities. Benutze ich sie so, wie ich sie gewollt sind, oder weil ich sie nicht mag, und benutze ich sie mit Absicht falsch. Ja, wer kann, der kann. Er ist wenigstens konsequent. ja, es ist kurze, gute Tage, Jens. Richtig. Irgendwann kann er das ja als Feature verkaufen, wenn er sie oft genug löscht. So von wegen, und ja, damit ihr mehr Eisen braucht, weil jetzt kommt ihr ja einfacher an Eisen, wenn ihr das teuflische Setting habt. Da kann man ruhig auch ein paar Eiseneimer verbrennen. Das ist Spielbalancing, das ist so gewollt. Ich denke schon die ganze Zeit über irgendeine interessante Art und Weise, also es ja irgendwie drohte zum Helder-Management ernten und gelöst. Weil es muss auch logisch so aufgemalt sein, also es darf keine Trieblerge haben, weil das würde die Pflanzen verbrennen. Es muss auch sehr leicht sein und klein sein, damit es über die Oberfläche drüber gehen kann, und es ist nicht ganz ganz ernst einstammt. Äh... Was? Wegen... Unsere Drohnen-Engine produzieren keine Hypen-Abgase. Das klingt ja fast so, wie jetzt würdest du versuchen, mir vorzuschreiben, was ich zu erfinden habe. Mathis? Ja? Hier neben das ist ein Baumwollfeld. Wir können da jetzt nur drauf ansetzen. Hä? Was? Was? Wieso manches Humor auf dem Baumwollfeld? Was soll da passieren? Na, du weißt doch. Das ist richtig schwarz, der Humor. Der könnte da Baumwolle pflücken. Oh ja! Ja, dann würden wir uns aber eine Maschine sparen, wenn wir meinen Humor einsetzen würden, um die Baumwohle zu pflücken. Das wäre natürlich eine Option. Weil Waschbären können ja auch nicht rassistisch sein, ne? Also, wenn ich so richtig krasse rassistische Witze reiße, dann ist das kein Rassismus. Weil ich bin ein Waschbär. Außerdem bin ich ein schwarzer Waschbär. Also ich darf das. Das erinnert mich an die ganzen Schwarzen, die... Ja, genau. Wahrscheinlich wird irgendwann mal Peter bei den Channel stürmen und sagen, gib es wieder in die Natur, du bist furchtbar. Bitte hör auf, das Internet mit deiner Existenz zu bedrohen. Was macht der Elefant? Nee. Der Elefant macht uns jetzt nicht mehr. Nein, der Elefant macht den Rüssel hoch, damit er danach ordentlich in meinen Hänger kotzen kann. Wo wir dann schon wieder bei dem Thema wären, Achterbahn-Simulator, weil da kotzen ja schließlich auch immer alle. Ob man den Elefantentypen auch in der Achterbahn sitzen kann, damit er kotzt und wie das dann wohl aussieht? Ich kann mir vorstellen, wie das Rettung in der Lava so gut, dass wir das Licht machen, aber das Heimstand gibt. Also es ist einfach so, die Leute mit dem Gesicht drauf sind, ich kann es so gut finden. Ein sehr schönes Effekt. Ich habe fast das Gefühl, dass ich demnächst mal voll werden könnte. Jetzt füge ich mir gleich noch aus, wo das Gelumpen gehen soll. Ja, es steht im Auftrag, wo das Gelumpen gehen soll. Ich würde sagen, eine halbe Tankladung von dir geht noch rein. Weil ich habe jetzt 18.800. Und du hast ja gesagt, du hast 8.000 als Füllung, oder? Ähm, es sind immer noch 5.000 irgendwas, aber ja. Okay. 5.000 irgendwas sind auch prima. Ähm, Warnbar liegt bei der nächsten Spur. Ja, wahrscheinlich. Mal schauen, wo ich hin muss. Äh, welcher Auftrag ist denn das? Ja, der, wo er aktiv dran steht. Der steht aktiv dran? Wo steht's? Wahrscheinlich der Erste, seiner Liste. Hm. Hötötötötötö. Ah, Fortschritt, bla bla bla, Hafer. Liefere Hafer an Bahnstation Mühle. Die übrigens auf der Map auch durch einen grün blinkenden Kreis markiert ist. Ach. Echt. Moment. Moment, blinkende Kreise. Grün ist schwierig, aber... Ah, da ist ein blinkender Kreis, okay. Weil ich hab ja schon mal erwähnt, Waschbären sind farbenblend. Also, du weißt ja doch, grün ist für mich auch nur grau. Aber ich nehme mal an, dass das blinkende Ding, was nicht ich selbst bin, dann wahrscheinlich mein Ziel ist. Warte mal, wenn du schon farbenblend bist, dann wirst du überhaupt nicht mehr merken mit meiner Superprothese, dass du farbenblend hast. Ich bin als Waschbär farbenblind, das ist ein Unterschied. Wenn ich meine menschliche Form angenommen hab, was natürlich dank der nicht vorhandenen YouTube-Superkräfte, die ich irgendwann mal entwickeln werde, der Fall ist. Warte, du möchtest, dass ich dein Kopf in die Mikrowelle halte? Nein, ich möchte nicht, dass du meinen Kopf in die Mikrowelle hältst, Mr. Stabsarzt. Mach das bitte bei deinen Juden. Und ja, ich darf das sagen, ich bin schwarz. Rassismus gibt es bei Waschbären nicht. Wir sollten das Video kleine Teile schneiden und hochladen, mal sehen, was davon werbefreundlich ist. Ja, wir sollten das klein schneiden und aus dem Kontext gerissen irgendwelchen komischen Anti-Nazi-Fritzen schicken, die dann in Hysterie verfallen und eine Sterbe-Animation durchführen. Instant natürlich. Also sprich, das wäre dann sowas wie eine Massenvernichtungswaffe für Anti-Nazis. Einmal zeigen und alle sterben. Warum denke ich gerade, dass du ruft, dass nicht wie alle Tiere seitlich umkippt, sondern nach hinten? Ja, nach hinten umkippen ist schon ein Special. Früher war es mal ein Bug. Sag ich immer noch ein Bug. Nein, sag doch sowas nicht. Weil eine gewisse Person das Modell falsch umgebaut hat. Ich weiß nicht, wovor du redest. Ich bin nur ein Waschbär. Waschbären können sowas nicht. Okay. Moment, ich muss erstmal meinen Motor anmachen. Bug, ich meine, die Valida-Spinne macht auch eine 85-Bahn-Drehung für 90-Bahn. Komm, da, aber... Was? Ich stück. Die... Denn die Spiele-Stück, die dreht sich von rechts um den Boden rein. Okay. Interessant. Äh, ich hab da so ein kleines Problem. Ich glaube, der Anhänger ist doch ein bisschen groß für meinen kleinen Traktor. Der tut sich langsam schwer. Oh ja. Schon immer, Dragon. Oder nein, eigentlich seit dem 15er, glaube ich, gibt es das. Das ist, dass Traktoren sich abüllen müssen. Äh, du hängst, wir haben letztendlich, dass du da so mit dem Protas doppelig über Länge gefahren. Richtig. Ich glaube, das ist die ganze Stadt an der Grunde von gewissen. Also man hat, man hat gemerkt, so im 13er war es völlig egal, was du gemacht hast. Da konntest du Eisenbahnen auf Straßen bauen. Nein. Im 15er hat man dann schon gemerkt, so ja, so ab 80 Tonnen ist dann schon Schluss gewesen. Und hier merkt man es auch ganz gut. Und ja, in dem 15er, die Lade, das Ding hat dann am Berg selbst plästende, überdurchsivierte Schwer-Lass-Lass-Lass-Lass-Lass-Lass-Lass-Lass-Lass. Und der hatte wohl gemerkt, 7000 PS, der Mod. Äh, 700 PS, nicht 1.000. 100. So, wie komme ich da jetzt am blödesten hin? Jetzt über 9000. Genau, it's over 9000. Aber man hat einfach aufpassen und man hat sich nicht jede Ernte mit einem Tore wegwarten können. Das ist richtig. Ah nein, ich musste noch irgendeine Energie damit drinnen, was für was. Ja, da musst du doch die Eimer-Kette machen, da kannst du die Energie an der Eimer-Kette runterleiten. Wie soll ich eine Eimer-Kette machen? Mit, mit, mit Truppe und einem Trichter? Ja. Nein, du kannst doch, kannst, kannst du die, die gefüllten Eimer nicht aus der Pumpe raushauen? Äh, wie, wie, ich muss hier um die von unten nach oben trauen. Ja. Ja. Also, einen, einen, einen Hopper unter den, unter den, unter die Pumpe drunter gehängt. Und dann die wieder hochgeschickt. Und wo, wie? Ja. Na ja, gut, dann baut ihr halt den Vanilla, den Vanilla-Transport-System. Das ist hier, mit der Glasröhre. Beim aushalten Pisten, den Zaun und, und viel Glas. Um die wieder hochzuschicken. Ja, ich mach die Adventsvariante des, äh, von der Glanzvariante. Ich baue einen Tank vor. Natürlich kannst du auch endlich mal die Wunde für eine Schwabbelmechanismen freundlichen Tanks auslösen. Schwabbelmechanismen. Schwabbelmechanismen. Hier. Ja. Ich hab so das Gefühl, dass zwischen mir und meinem Ziel ein gigantischer Berg ist. Vielleicht hätten wir doch die Ami-Map nehmen sollen. Die Ami-Map ist teilweise müdelicher. Echt? Wie gesagt, die Tanks-Maps sind so schön. Bugle, wir haben kein Eisen mehr. Da geht's im nächsten Türken für Oswald und Brüttel-Eisenbahn. Was hast du da jetzt erklärt? Es werft uns auf sich nicht und dann kann man mich sicher nicht einstellen. Aber Bugle ist beschäftigt mit, mit, äh, Elefantensteuern. Ja, die sind leider wertvoll und feindlich. Ich hab's nur da zu oft. Genau. Weil die sind erstlich heftig, wenn ich sie zu meinem Tierpflege-Bimbo gemacht hab. Ja, das ist aber dein Problem. Außerdem ist Bugle doch... Bugle ist doch gerade ein Tierpflege-Bimbo. Er betreut gerade ein Waschbeeren. Also du hast schon verloren. Ach ja, wir müssen 24.7 diesen Wolf streicheln. Und verbrüchend darauf achten, dass er nicht verbrisst, wie man ist. Ja, ja. Und ja, der Wolf, der dann gestoppt ist, war ja nicht beknappter, dann wurde er in seinen Magen vertraut. Ach du Scheiße, hier gibt's einen Kreisverkehr. Ernsthaft? In welchem Jahrtausend lieben wir denn, dass wir schon Kreisverkehr haben? Können wir nicht einfach diese komischen Hypnose-Ampeln haben? Also, da ist es denn, wir müssen uns auch mal da, dass sie jetzt das nächste DLC rausgebracht haben, wenn wir davon ausgehen, dass das dass das alte stabil ist. Oder will ich noch verbrauchen? Kann man das? Ich dachte, das Originalspiel ist noch nicht mal stabil, obwohl sie schon 10 AD uns ausgespuckt haben. Natürlich nicht. Wir sind sonst ja nicht auf DLCs gut. Aber, also, wenn sie es wirklich backfreien bekommen, dann könnte es so, dann ist das Spiel wirklich gut. Ich hab das Gefühl, ich fahr total in die falsche Richtung. Ich fahr zwar drauf zu, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich so richtig fein spinne. Und wenn sie dann mal wieder das Erlebensinn korrigiert haben, dass es um ein Spiel war, und wenn sie nicht irgendjemand einfach mal komplett nur ihren Hust, das ist der Hust. Also, der Theorie nach, müsste ich ja jetzt schon fast davor stehen. Gut gehofft, und hinter neben. Wo ist das denn? Rechts. Das heißt, das ist ein bisschen ungenau, oder? Jetzt bin ich dran vorbeigefahren. Aber ich muss hin. Ach, du Scheiße, da komme ich gar nicht hin. Da gibt es keine Verbindung. Äh. Nein. Definitiv nicht mit diesem Traktor. Dieser Traktor wird das nicht mitmachen. Das ist kein vulganischer Traktor. Das ist ein kleiner, süßer Waschbär-Traktor. Der macht so was wie ich fahre mal spontan einen 45 Grad Winkel nach oben nicht mit, schon gar nicht mit so einem Ries-Tänger. Der braucht ja schon ewig zum Wenden. Ich glaube, ein drakonischer Traktor hat Zwiebwerke und Ja, ein drakonischer Traktor würde auch Feuer speien und und kleine Kinder friessen. Jo, aber es wäre halt nicht richtig weiter. Nie. Das heißt, es muss hier irgendwo eine Abzweigung geben. Die Frage ist nur, wo? Ist das eine Abzweigung? Ich glaube, das ist eine Abzweigung, oder? Oder? Ich fahre jetzt einfach mal in diesen Hof rein und schau mal, was passiert. Äh, das ging halt gar nicht da. Ja. wir haben irgendwie die Flüschwahrzeuge gerade entziehen müssen. Ah, verdammt. Aber wir haben kein Ziel. Ich weiß, wie wir uns nicht bekommen. Also das hier könnte aussehen wie ein guter Bahnhof. Ich bin mir nur nicht ganz sicher. Solltest du sich denn hier am besten die Hütebahnhöfe auskennen? Ich? Wieso? Ja. Du wohnst direkt neben einem? Ja, schon möglich. Möglich ist alles. Hier sind schon mal Bahngleise. Nein. Ja, ich habe die Tätik fertig gestellt. Das da sieht aus wie ein Ausladepunkt. glaube ich. Mann, es wird ja richtig kompliziert hier. Och, Traktorchen, komm schon. Bewege deinen Poppers. Ja, vorwärts. Wir schaffen das. Komm, ich glaube an dich. So, jetzt noch drauf. Ist gut, Elefant. Ich komme dann schon wieder, wenn ich es dann irgendwann mal geschafft habe. Überladen, starten. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ja. Dann mache ich das mal. Ja, konnte man doch bei der alten Map auch ohne Zug hin zu den ganzen normalen Verladestellen. Ist ja ein guter Bahnhof, ist ja kein Mühle Dings bei uns gedönt. Geburtstück. Vielleicht kommt ja auch irgendwann mal ein Zug vorbei. Da pass ich nicht vorbei. Scheiße. Ne. Werbung für ein Mittelalterfest. Was? Werbung für ein Mittelalterfest? Cool. In Burg Weizenstein. Boah, da müssen wir hingehen. Wenn wir fertig sind mit Arbeiten, dann gehen wir zur Burg Weizenstein und gehen ein bisschen aufs Mittelalterfest. Ich mag Mittelalter, Mittelalter ist gut. Da hat man Hexen verbrannt. Du bist gerade irgendwie kritisiert. Nein, wie kommst du nur da rauf? Mr. Hexendoktor? Ach, wie so? Könnte an all die Leichen in deinem Keller liegen. Ah, die Leichen in deinem Keller? Ich bin mir sicher, die Nachbarn haben auch ihre Leichen in deinem Keller Banane. So gesagt, es ist so eine großzame Städte. Bin mir mit sicher, ich habe die auch Leichen im Keller. Ihr habt doch alle Leichen im Keller. Hm, falls meine Leichen will, dass meine Leichen dann kennen . also fahre ich einfach mal auf deiner Seite hoch. So, ich bin mal ein bisschen prädiktig. Ich fahre heute ein bisschen englisch durch die Gegend. So, wenn ich jetzt noch müsste. Ich habe schon wieder den Weg vergessen. An alle Engländer, ihr seid selbst entschuldet sind die Straßen, aber ich bin gut. Richtig. Alle Engländer, die uns verstehen, weil sie Deutsch können. Die sind selber schuld, dass sie Deutsch gelernt haben. Sonst würden sie sich die Kritik nämlich nicht anhören können. Das ist so gut. Ja, du weißt doch, bei mir steht nicht umsonst Dauersarkasmus sind doch oben drüber. Ja, das ist doch der Sarkasmus daran. Scheiße, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich in Zweikreisverkehr reingefahren bin. Wo bin ich denn? Wirklich? Was habe ich falsch gemacht? gemacht? Alles? Das muss jetzt auf einmal sperrt steuern sein. Wie bin ich hier gekommen? Ich weiß noch nicht wo ist mein Pfeil? Hä? Der war keine Heuer Tätel dauer. Ja, die Aspen hat den Tätel zu versich. Welcher von den verkackten Punkten bin jetzt ich? Ich sehe mich nicht, auf der Karte. Ich weiß nicht, warum. Da ist der. Ja, aber hier wollte ich doch gar nicht hin. Äh. Warte, wo muss ich denn da lang? Oder da? Och, ich fahr einfach mal weiter. Irgendwann werde ich schon ankommen, wenn ich zehnmal im Kreisverkehr gefahren bin. Und da geht's wieder runter. Ich fahr jetzt einfach mal so lange im Kreisverkehr, bis mich jemand abholt. Warte. Ich glaube, ich muss hier hoch, oder? Aber da bin ich doch gerade runtergekommen, oder? Ich bin ja nicht erst runtergekommen. Bin ich hier nicht vorhin englisch drüber gefahren? Oh, du blöder Traktor, fahr doch mal geradeaus, Mensch. Der kann doch nicht mal geradeaus fahren. Ich krieg die Motten. Ich glaube, ich bin immer noch falsch. Da ist Wasser. Ich kann mich nicht an Wasser erinnern. Kannst du dich an Wasser erinnern? Ich fahr jetzt mal hier hoch. Jetzt bist du aber auch. Das ist die Gegenrichtung. Ich fahr jetzt einfach mal hier hoch. Einfach weg. Da ist ein Wasserfall. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich möchte mich gar nicht wissen, wie lange das dauert. Ich hoffe, das sind nur zwei Fuhren. Sonst könnte das eine Ewigkeitsarbeit werden. Die nächste Gerade. Die nächste. Nicht ins Wasser fallen, sondern über die Brücke. Okay. Ich arbeite dran. Hier ist eine Leitplanke. Da kann man nicht runterfallen. Ich bin, glaube ich, total falsch. Nö, passt schon. Aber hier bin ich vorher nicht gefahren. Bist du auch nicht. Du hast nichts zu zerstören. Ich bin nicht richtig unterwegs. Ah ja, irgendwann verstehe ich die Karte schon noch. Das dauert nur noch ein paar tausend Stunden. Äh, wobei der nächsten Kreuzung gerade aufs Feld. Wo der nächsten Kreuzung gerade aufs Feld. Äh, ist das eine Kreuzung? Okay, das ist eine Kreuzung. Neh, nehm ich. Boah, ich mach hier voll einen auf Wugand. Ich fahr voll durchs Feld. Also ich bin dafür Wugand, dass du auf gar keinen Fall irgendwann mal die Voice-Stimme von TomTom hörst. Weil da gibt es sehr viele Verkehrsunfälle. Bei der nächsten Kreuzung einfach gerade aufs Feld. Sie haben jetzt hier nicht erreicht. Sagt bloß, das Feld ist alle. Ne, das ist nicht. Ich bin da. Ich hab den Elefanten gefunden. Ups, ich bin hier zu weit gefahren. Fütter mich. Nein, ich habe auf Reddit, also ich hab den Show-Listar-Reddit-Bund gelöst. Ich hab den Memes in Deutschland nicht inzwischen sogar verboten. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht super. Das ist nicht. Hab ich eigentlich noch was für Gesichtsspasmen? Ja, ich hab noch was für Gesichtsspasmen. Ja. Gesundheit. So, ich werde jetzt mal kurz meine Astralgestalt von meinem Körper lösen, habe ich beschlossen. Okay, tschüss. Oh Gott, wie kann das, wie kann nur soviel Stoß an einem Punkt, damit er denn sich so anhäufen? Hm. Oh, voll toll, meine Astralgestalt hat mir was zu essen mitgebracht. Klasse, danke. Gleich mal wieder paar Gesichtsspaß drin machen mit Kiekse oder so. Mwamwam. Einspruchs für die Kauanimation. Mwamwam. Ja, läuft. Mwamwam. Nur blöd, dass man sich keine digitalen Kekse mit reinpacken kann. Von wegen jedes Mal, wenn man was isst, kann man seinem Waschwerich auch was in den Mund stecken. Wär voll super. Wie der Gießen-Button bei der Pflanze. Genau, wie der Gießen-Button bei der Pflanze. Und was haben jetzt mal an Zügen gefüttert. Ja, das stimmt. Weil entweder du verhungerst wegen Zuschauermangels oder kommst dann nicht mal durch die Haustür. Ja, ist keine Möglichkeit. Ich nehme auch virtuelle Kekse aus den Kommentaren. Sofern ihr Kekse-Emojis habt, nehmen wir hier damit. Ich nehme die alle. Sofern da keine Rosinen drauf sind, weil das finde ich dann ziemlich unfair. Ich mag kein Rosinen. Also schreibt jetzt ein Rosinen-Keks-Emoji in den Chef. Ja, genau. Ihr fiesen Verräter. Apropos Chef, wie ist denn jemand? Da steht nur Erbe drin, der sagt, dass er jetzt aufgeht bis morgen. Haben wir Zuschauer? Keine Ahnung. Ich habe keine Einblendung für die Zuschauer aktuell. Kann schon sein, kann aber auch nicht sein. Ich mache mir da keinen Kopf. Immerhin habe ich heute schon 30 Zuschauer gehabt. oder zumindest Menschen siehst, die sich das in irgendeiner Form angeschaut haben, als ich mein LKW in die Wand gefahren habe. Ach ja, nie. Quatsch war ja gar nicht meine. Habe ich ja geklaut. Oh Gott. Dann hätte ich das Diebesgut aus dem ETS mitgebracht, dann hätten wir jetzt keine Probleme mit dem Aufbau vom Hof. Ich habe da immerhin irgendwas mit 72 Millionen oder so erbrötet. Dann hätten wir jetzt auch Käse und Orangen. Richtig. Hätten wir auch. Oh mein Gott, das ist so ein Rotz und ich mag es. Aber ich glaube Käse kann man nicht auf dem Feld anbauen. Das heißt, wenn wir den Käse eingebuddelt hätten, wäre der wahrscheinlich nur geschimmelt nicht gewachsen. Und ich weiß nicht, ob man mit dem Mehldrescher auch Orangenbäume ernten kann. Ich glaube das geht nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das? Gott ist eine Erfindung von Menschen, um das Leid zu lindern, das sie in ihrem Leben so ertragen müssen. Oh. Ja. Habe ich so gelernt. Miep miep. Na, erst, erst, erst muss ich mir noch hier ein Dings im Mund stopfen, um was zu messen. Oh, 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 oh. Hängt das Wort gut in den Vater. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Verfahren, kann ich auch mal die Karte ausmachen. Ähm, gut. Ey, Dragon, ich glaube, ich kriege irgendwann mal ganz viele Dislikes. Ich weiß nicht warum. Ja, genau, ich kriege wegen dir lauter Dislikes. Und dann steht immer drüben, boah, kann der Asi endlich mal aufhören zu lachen. Achso, Lacher einspielen. Ja, aber Dragon ist nicht seit 50 Jahren tot. Achso. Ich weiß nicht, warum eigentlich nur die Sterbedatung, da bin ich seit 20 Jahren tot. Okay. Okay. Aber ich weiß nicht, ob ich noch nicht mehr bin. Ja, meinst du, du bist auch nur so eine Astralgestalt oder so? Hm. Ich kann sonst nur die Sterbedatung haben. Das tut alles nur die Karte. Achso. Also, Hex-Editor an, Sterbedatum editieren. Ach ja, stimmt, er ist ja Stabsarzt. Das heißt, er hätte sich seinen eigenen Todeschein schon ausstellen können. Klingt hauptenlos ein bisschen komisch, wenn der Doktor, der auf dem Sterbedatum draufsteht, der ist der, der auch den Todeschein ausgestellt hat. Ja, ich weiß nicht, dass das auffällt. Was? Ja, boah, liebensächlich, ne? Also, wärst du ein Waschbär, würde es niemandem nur auffallen, weil Menschen sind ja so von, das muss so sein, geprägt, dass es ihr nicht auffallen würde, wenn ein Waschbär sich selbst für tot erklären würde. Ja, was? Ja, das geschieht so, ja. Ja, siehst du. Da, fünf. Also, können sie nicht davon ausgehen, dass der Waschbär, der seinen eigenen Todeschein ausgestellt hat, in irgendeiner Form ein Problem darstellen würde, weil Waschbären können keine Todescheine ausstellen. Wenn du das Diebesgut zum Auto trägst, musst du nur so ein Wirkast und dir das Zeug gehören. Richtig. Du musst einfach nur aussehen wie ein Waschbär. Das ist so unwahrscheinlich, dass es keiner beachtet. Weil hast du schon mal einen Waschbär gesehen, der Diebesgut aus seinem Banküberfall zu einem Auto trägt? Und würdest du das glauben, wenn du das sehen würdest? Ich deute das Schweigen als ein, ja, du hast vollkommen recht. Das wäre unglaubwürdig. Natürlich würdest du danach auch einen Arzt aufsuchen, in der Hoffnung, dass der dein Problem beheben könnte. So, mehr Plätzchen. Oder in dem Fall Lebkuchen. Weil es ist ja schon Weihnachten. Am 20. September. Oder so. Was heißt eigentlich, die Schraubenschlüsselanzeige, die kontinuierlich runter geht? Ich glaube, kaputt oder alt. Was passiert, wenn es 0 erreicht? Das will ich eigentlich gar nicht wissen, aber wahrscheinlich fragst du das deswegen, weil es kurz vor 0 ist. Nö. Es hat so ein Achtel verloren. Ja, wir werden das schon noch früh genug rausfinden, was passiert, wenn das auf uns steht. Vielleicht ist das die Wirtschaftlichkeitsanzeige. So lange ist das Ding wirtschaftlich. Danach kostet es so scheiß viel Unterhalt, dass du es eigentlich wegschmeißen kannst. Die Frage ist nur, bei wem wird es zuerst auftauchen. Beim Elefanten oder beim Traktor? Weil von der Fahrlänge oder zumindest der Menge der Fahrten bist du definitiv schneller dran. Weil du dich definitiv mehr bewegst. Also mit Ausnahme, dass ich jetzt da noch ganz viel grubbern und sehen und flügen und keine Ahnung was in darf. Ich liebe diese Kau-Animation. Die ist einfach toll, ich könnte die den ganzen Tag triggern. Ist auch viel realistischer als Sprechen. Oh nein. Es ist eigentlich nicht unser Feld, hätten wir sie auf Landrodung anwenden können. Landrodung? Nein, man muss das Zeug noch immer hin zum Bahnhof fahren. Wir können die Asche zusammenkehren und wegfahren. Und wie kriegst du die ohne den Radlader auf den Anhänger? Hätten wir statt Mähdrecher einen Sammelwagen kaufen müssen. Ja, siehste mal. Blöd gelaufen, schon zu spät. Musstest wohl doch ernten. Feinste Weizenasche. Ja, richtig. Feinste Weizenasche. Die Frage ist nur, wofür könnte man feinste Weizenasche gebrauchen? Als Weihnachtsdeko, oder? Beispiel? Also kann ich einfach nur damit dekorieren, glaube ich, aber ja. Nenn Baum. Amerikaner sprühen doch irgendwie so komische Sprühsahnemäßiges Zeug auf ihren komischen Plastikbaum. Beep, beep. Beep, beep. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, Lenkfehler. Tschüss. 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 Ja, genau diese Reaktion habe ich jetzt erwartet. Weil halb leer ist immer noch besser als ganz leer. Doch logisch, oder? Was sagen meine Zuschauerzahlen? Ich habe das Gefühl, dass ich schon wieder mit mir selbst rede. Theoretisch. Praktisch ja mit euch. Sag ich ja. Praktisch mit euch. Aktuell zwei Zuschauer. Heißt das wirklich? Das heißt, du und ich selbst, oder? Ah, ich höre doppelt und dreifach. Oh mein Gott. Du solltest vielleicht einfach den Ton vom Stream muten. Das hilft. Also wir haben jetzt drei Zuschauer. Heißt... Ja, aber... Ich, du, Erbe. Also sprich... Erbe ist ein theoretisches Bett gegangen. Okay. Das heißt, wir haben eine echte Person, Odo Bugant. Odo Bugant. Äh, habe ich Rezept noch offen? Das weiß ich nicht. Nö, habe ich nicht. Oh. Okay, heißt ohne mich sind es zwei Zuschauer. Heißt, oh mein Gott, es gibt eine tatsächlich echte Person. Oder YouTube hat einfach was kaputt gemacht. Na, ich gehe von YouTube aus. Aber es könnte eine echte Person sein. Wenn du eine echte Person bist, schreib mal eine Eins in den Chat. Ähm, man muss nicht angemeldet sein. Was, man muss angemeldet sein, um in den Chat schreiben zu dürfen? Ja. Okay, wenn du eine echte Person bist, schreibst du bitte keine Eins in den Chat, wenn du nicht angemeldet bist. Okay, ich glaube, er ist eine echte Person. Er hat keine Eins in den Chat geschrieben. Jetzt müsste eins kommen. In beiden Fällen wäre es ja eine echte Person. Ob jetzt eine angemeldete Person, die eins schreibt, oder eine unangemeldete, die keine Eins schreibt. Oder Bots. Ganz viele Bots. Ja, Bots sind natürlich auch herzlich willkommen in meinem Stream. Hauptsache sie schauen zu und finden ihn gut. Also alle Bots, bitte liken. Genau. Wenn du, wenn du ein Like-Bot bist, dann bitte jetzt den Like-Button drücken. Und zwar mindestens eine Million Mal, so wie es sich für einen Bot gehört. Ähm, was ist das eine gerade anfassen? Daher kommt doch Ende Null raus. Oh mein Gott, man sieht im Stream, wie Wugger Dinge tut. Ja, das ist richtig. Das ist das Ziel von diesem Stream, dass man Wugger dabei zuschaut, wie er mit dem Elefanten rauf und runter fährt. Und ich daneben stehe und mir denke, hoffentlich ist der Elefanten bald voll. Boah, ich bin mal gespannt, wie das mit dem Huls fällen wird, wenn ich jetzt schon so Probleme mit der Lenkerei habe. Warte, 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 warte. Mit dem Holz fällen. Ah. Überleg mal, LKW rückwärts fahren, Ski da an die richtige Position eiern. Es wird bestimmt richtig witzig. Warte, 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 warte. Eli... Eli hat vor allem Simulator 19? Oh mein Gott, ich glaube, er wird jetzt dann irgendwann das im Stream mit live mitverfolgte Passwort benutzen, um dem Hof beizutreten. Oh mein Gott. Ich habe jetzt schon Angstzustände. Und Eli hat sich Monster Hunter zugelegt. Da ist der einfach noch ein Sammler. Ja, der kauft auch einfach nur Dinge. Der kauft einfach alles. Der spielt auch Dinge, bei denen ich mich immer frage, kann man die wirklich spielen oder sind die ein Bug? Also grundsätzlich, sie sind ein Bug. Ja, davon gehe ich auch meistens aus. Oh mein Gott, man kann das nichts im Angebot. Oh, nichts. Oh, ich würde nichts auf jeden Fall kaufen. Wie viel kostet nichts? Wie viel kostet nichts? Dann soll ich mich, ähm, Steam schuldet mir die Tiere, die ich 6 Cent. Weil Steam schuldet dir 80 Cent? Ne, 6 Cent. Ach, 6. Ich habe irgendwann da mal irgendein X-Uweck reduziert, dass ich es mit irgendeinem 6 Cent gepostet habe. Hier ist ein Pongstab, habe ich keine 6 Cent gepostet. Oh, ist ja scheiße. Es kann immer sein, dass es das Kaufen dann mehr ging. Es war voll der Wunsch. Wie hast du es überhaupt geschafft, dass das ins Minus ging? Ich habe keine Ahnung, es war irgendein Heck eingebunden, du konntest dann auf der einzelnen Hecke halt draufklicken, und dort habe ich das eigentlich irgendwie negativ bewertet. Siehste, ich habe ein Pixel Arc, wird immer noch gemetet? Ja, natürlich noch. Entschuldigung. Der Minecraft... Der Minecraft... Der Minecraft... ...Arg... ...Klon. Also, sprich, man hat festgestellt, ja Minecraft funktioniert gut unter Pixel-Style, also macht man einfach nochmal ein Arc in Pixel-Style. Rüssel raus, Elefant. Ja, aber es ist halt einfach mal schlecht, weil es es einfach nur mit Augen zu tun ist. Und ja... Man kann das nicht ernst nehmen. Ja, man kann das natürlich ernst nehmen, wenn man das sonst nicht... Naja, es ist einfach nur, um Arc-Spieler nochmal zur Kasse zu beten. Und zwar die, die auch Minecraft spielen. Ja, oder um Minecraft-Kiddies abzuziehen. Ja, oder um Minecraft-Kiddies abzuziehen. Hm. So, von wegen wo aus wollte es cooles Weibel-Game all das hier aus Minecraft? Das mit Dinosaurier funktioniert ja immer. Steck irgendwo Dinosaurier rein, das bin ich gekauft. Das Dinosaurier-Fauch zeigt doch auch immer den Minecraft-Kiddies abzuziehen. Äh, wieso? Bei Jurassic Park, bei Jurassic Park hat's doch funktioniert. Mal Jurassic Park selbst, wo viel was Wundes ist. Guck, das ist aber die Welt, dass es nicht so gut ist. Die Einheit gibt ja sowas wie... Äh, äh... ...F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F... Es macht keinen Sinn, die in 100 Einheiten zu warten. Und jetzt sehen Sie wieder ein Waschbär im Bereich von hier. Ja! Ein Waschbär, der sich verfährt. Teil 2. Und um mehr Zuschauer zu generieren, könnte ich ja versuchen, ein bisschen wie German-Let's-Play zu clean. Nein! Nein, bitte hör auf! Wieso soll ich nicht wie German-Let's-Play klingen? Was macht das? Quatsch, das ist doch voll gut! Es klingt wie verpitschtes Kitty! Ja, das ist doch das, was die ganz toll finden an German-Let's-Play, dass der so quitscht! Ach so, er ist nicht verpitschtes Kitty! Nein, es ist kein verpitschtes Kitty, das machen die großen YouTuber irgendwie alle ihre Stimme verstellen! Und damit ich jetzt mehr Klicks kriege, verstelle ich jetzt auch meine Stimme! Wenn du 5 Minuten weiterredest, komm ich nicht in den Schlag nicht! Das geht nicht! Ich glaube nicht, dass du so schnell bist, dass du in 5 Minuten diese Distanz hinterlegst! Außer du wurdest spontan mal von einem roten Blitz getroffen! Und dann sage ich dir, du Alter, dann werde ich dich dazu nötigen, in die Vergangenheit zu reisen, um mein Leben zu verbessern! Aber ich will doch mal dein Leben verbessern! Äh, nein! Du solltest eigentlich 1945 geboren sein, oder noch früher! Weil du wolltest ja immerhin deinen eigenen Todes-Schein ausstellen! Außerdem wäre jetzt zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch dein Frühsport gewesen, Juden zu erschießen! Um zu testen, ob die Kugeln funktionieren! Oh mein Gott, ich würde bis vorne über dieses Blüten sind! Und das ist nicht beleidigt, an dem Blüten! Willst du uns hören, was du sagst? Der Theorie nach müsste ich hier eigentlich noch richtig sein! Ne, ich hab euch bis komplett in Bezug! Hey, hier sind Gleise! Heißt das, wenn ich den Gleisen folge, würde ich auch dem Bahnhof ankommen? Nein, das sollte ich vielleicht mal tun! Ich hab hier noch nie einen Zug gesehen! Jetzt pass auf, jetzt kommt gleich ein Zug! Ach, du hast den vier in den vierten Weg genommen! Das wird nicht! Ich nehm jetzt den Zug! Duf, duf, duf! 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 Duf, 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 duf! Duf, 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 duf! Ja, ich auch! Aber so kann ich den Bahnhof eigentlich gar nicht verpassen, an dem ich das abliefern muss! Ich schau nicht mehr, du schau sie trotzdem! Stimmt! Hast recht! Aber ich glaub da ist der Bahn! Nein, Zeitverwandlung nicht! Bin ich schon dran vorbeigefahren? Nein, du brauchst schon ne halbe Netz! Achso! Nach zu uns und dich darf er ausgelegt auch aufhaken! Da ist die Globeleitung sowieso voran! Ich? Aber du siehst doch, dass es funktioniert! Warte mal, warte mal, warte mal. Es ist aber physikalisch möglich. Heißt du, du möchtest, dass ich mich das aufgemacht habe? So. Also hier müsste doch jetzt dann irgendwo dieser komische Bahnhof kommen, oder? Bist du nicht gerade da? Das kann sein. Ja, ich glaube, das ist... Echt? Kannst du meine Map lesen? Nein, ich kann keine Map lesen. Ich versuche zu fahren. Das ist schon kompliziert genug. Alter, ich hätte nie gedacht, dass das beim Landwirtschaftssimulator mal so auffällt, wenn man auf Gleisen rumfährt. Das ist so krass. Huppel, huppel. Man merkt richtig, wie man über diese Gleisrille drüber fährt. Ah, ein Zug, ein Zug, ein Zug! Tot! Nee, gleich. Wugern, wir brauchen den Hundewelken. Der Zug hat beschlossen, dass ich nicht cool bin. Was mache ich denn jetzt? Auf den nächsten Zug warten, oder? Und wieder nach Hause fahren. Mit dem Zug. Kann man sich von zu schieben lassen? Nee, ich weiß nicht, ob man sich von zu schieben ist. In der Position bestimmt nicht. Wugern, ich habe ein Problem. Ich brauche einen Hundewelken. Ich habe hier wirklich ein großes Problem. Eigentlich wäre die Regenraumsteuer, aber Watschbär noch schlimmer. Ja. Aber sieht wie jetzt wunderschön, die ist ein Modell vom... Traktor. Und zwar von unten. Guck, so sieht der Traktor von unten aus. Wenn er mit einem Zug kollidiert ist. Oder zumindest fast mit einem Zug kollidiert ist. Dann sieht der so aus. Ich muss sagen, das hat mich denn wahrscheinlich aus Panzerstarten, weil es hat keine Deine bekommen. Na, ich bin ja vorher ausgewichen und dann umgefallen. Als ich gesehen habe, dass da ein Zug kommt. Aber wo muss da ein Zug kommen? Das kann doch nicht sein. Warum kommt da so ein Scheißzug? Früher konnte man die mal selber fahren. Oh, was mache ich jetzt? Boah, hoffentlich geht die Ladung nicht verloren, wenn ich den zurücksetze. Jetzt frage ich mich, dass die Quest reagiert. Jetzt frage ich mich auch. Ja, sorry. Wir haben den Hänger von deiner Ernte auf dem Bahnkleid verschwürtet. Ja? So ist es. Wo war ich jetzt hier gleich noch zurücksetzen? Das muss man jetzt erstmal finden. Hier ist es nicht. Hier ist nichts. Ihr braucht eindeutig noch ein Inke im ADAC. Ja, haben wir ja eigentlich im Normalfall. Wir haben bloß kein Geld dafür. Ach. Der Hundewelbe ist sogar gelb. Ja, richtig. Also hier ist es schon mal nicht, das zurücksetzen. Wo ist dann das zurücksetzen? Okay, die Lave wird erfolgreich abgepumpt. Erstaunlich. Ist es vielleicht. Hab ich ja auch geschrieben. Deswegen ist es umso erstaunlicher. Nee, nee. Ich habe keine Ahnung, wo das zurücksetzen hingekommen ist. Im Escape-Menü ist es nicht. Es ist erstaunlich, weil es fängt an einer anderen Position an, abzusaugen. Wo ich eigentlich gedacht habe, dass das Toilgottig miteinander verbunden ist. Ah ja, das ist alles verbunden. Der ganze Planet ist eine Laberpfütze. Super. Ernsthaft, wo setzt man den zurück? Hast du schon mal in der 19. Version die zurücksetzen Funktion genutzt? Nein. Kann es sein, dass es in der 19. Version die Funktion nicht mehr gibt? Nein, weil es gibt auch dumme Kitties, die Traktoren im Sumpf versinken. Und die wird es immer geben. Und es gibt auch Waschbären, die fast einen Zug krammen und deswegen umfallen. Mit Sicherheit gibt es da was. Zurücksetzen. Nein. Das ist nur die Option für Leute, ob die das dürfen. Jetzt hast du mir wahrscheinlich die Zurücksetzen-Rechte weggenommen. Nein, habe ich nicht. Kann ich nämlich nicht mehr. Ich habe dich doch zum Super-Duper-Menschen gemacht. Da kann ich dir nichts mehr wegnehmen. Ach so. Aber ich kann dich wegen Inkompetenz von der Farm schmeißen. Großartig. Das endet noch ganz gut. Fuganz, apropos Inkompetenz. Kannst du mal bitte den Storebound-Server anschmeißen? Und updaten? Was hat das mit Inkompetenz zu tun? Das klingt ja fast so, als würde der Starbound-Server Inkompetenz sein. Aber ich habe die Option bestimmt schon zehnmal überklickt oder so. Wir haben auch die Feldkauf-Option auch dreimal übersehen. Ja. Guck. Nein, bei der Kauf-Option ist sie bestimmt auch nicht dabei. Wo zum Fix tut man den Scheiß zurücksetzen, verdammt. Das war früher mal alles so viel einfacher. Früher war alles einfacher. Ja, da gab es noch nicht so viele komplizierte Menüs, die nicht das haben, was ich vermute, dass sie haben. Was macht das? Land- und Feldkarte. Okay. Weil hier gibt es sogar einen Filter für Traktor, aber das bringt nichts. Da kann man draufdrücken, so viel man will. Das tut nichts. Feldfrüchte. Budengedönsel. Ich habe keine Ahnung, wo das abgeblieben ist. Äh, wo ist der... Kannst du mal ein Stück zur Seite gehen? Ich komme hier an den Länger ran. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Wie, noch ein Stück? Guck in die andere Richtung. Ja, so geht's. Wo hast du die jetzt gefunden? Du nimmst es auch ganz normal wie früh über die Karte. Du musst nur ein bisschen ranzoomen, um die Punkte zu sehen. Ach du Scheiße. Bereit der Wage, verdecktes Zeug. Ach du Scheiße. Okay, sollte beides am Händler sein. Ja. Auch das Gewicht? Welches Gewicht? Na, das Gewicht, das vor dir dran hängt. Ja. Okay. Jetzt schon. Jetzt schon. Dann wollen wir mal hoffen, dass das jetzt nicht so wie in irgendeinem anderen LL ist. Der Fall ist, dass jetzt das ganze Getreide weg ist. Wo ist das Gewicht? Ah, da ist das Gewicht. Das heißt, jetzt nochmal den Traktor auf die Schienen fahren. Und umschmeißen. Warte mal, die Tankerzeige ist ja fast leer. Habe ich den beim Umschmeißen leer gemacht? Gut, der hat ja einfach nur keinen Tank. Ich glaube, der Traktor hat einfach nur keinen Tank. Ich glaube, der hat die Größe von dem hier, ich weiß nicht, so einem Benzinkanister, den man durch die Ecken tragen kann. Läuft bei mir. Läuft bei mir. Gute auch nicht. So, wo wollte ich jetzt noch gleich hin, bevor ich einen Unfall gebaut habe? Ach ja, ich wollte einen Unfall bauen. Meine Marke auf der Map sind weg. Ich habe sie kaputt gemacht. Scheiße. Meine ganzen Map-Punkte sind weg. Was ist das? Ich halte diese Arne. Muss man die echt hier anschalten? So. Nein. Hat sich nicht angeschalten. Was mache ich falsch? Dass meine ganzen Map-Warker weg sind. Der ist an. Weiter ist aus. Aber die waren doch gerade alle an. Also, ich meine jetzt unten auf der Mini-Map, ne? Nicht auf der Map hingehe. Äh, im Ding. Die Marke auf der Mini-Map sind weg. Ja, ich auch nicht. Probieren wir mal von... Das erste 3 sind der Tempomat. Oh, jetzt habe ich das Radio angemacht. Ne. Meine Punkte sind weg. Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe die Hupe gefunden. Die ist auf 0. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, weil meine Marker-Punkte weg sind. Was ist denn das heute wieder, finde ich scheiße? Ich habe heute echt viel Glück. Ja, der Theorie nach muss ich ja nur Gleise finden und denen folgen. Mal spielen, sie sind ja nicht besonders leerfähig. Ach, hier ist ein Kreisverkehr. Ich glaube, ich glaube, den kenne ich. Da bin ich beim letzten Mal Gleise gefahren. Mal, der ist noch auf den Zug. Echt? Ja. Wo kommt da ein Zug? Seit wann fahren die auf der Straße? Jetzt fahre ich mal da hoch. Nee, ist glaube ich... Aber da ist eine Zugschiene. Also, so falsch kann ich schon mal nicht sein. Wie schwer ist das doch nicht, oder? Doch. Natürlich ist es schwer, wenn man keinen einzigen Map-Marker mehr hat, außer seinen blöden eigenen Punkt. Wie war es noch vorher? Ja, vorher war ich auch ganz woanders. Oh, ich glaube, da läuft ein Wubbernd. Los, kleiner Winch, renn! Ein Wubbel. Ich finde das so lustig. Du rennst wie ein Pony. Ob ich die Map-Punkte wiederbekomme, wenn ich den Traktor nochmal umschmeiße? Nein. Nein? Zu deiner Beruhigung, das Getreide ist auch weg. Wie? Und da steht Null drauf. Wir fahren da einen leeren Hänger? Ich glaube schon. Also, ich hoffe mal, dass es ein Bug ist und dass da noch was drin ist. Ansonsten ist jetzt eigentlich noch mal die ganze Ernte weg. Gibt es nur für Ernte? Naja, ist aber unser Geld. Nicht abgelieferte Ware. Nein, da ist nichts mehr drin. Nichts weg. Blöd, würde ich sagen. Sehr blöd. Was lernen wir daraus? Eisenbahnschienen sind böse. Die fressen ihn halt von Hängern, wenn man es umschmeißt. Oder vielleicht liegt ja das ganze Getreide jetzt auf den Gleisen. Ich sollte doch sie nochmal abfahren, oder? Oder sollte ich das lieber lassen? Weil hier ist echt nichts mehr drin. Dull. Wir haben den Vorschluss von 90%. Kommen wir mal hoch und hol den Rest. Okay. Hoffentlich finde ich das. Also ich hoffe mal, dass das das ist, was noch im Drescher ist. Sonst haben wir ein Problem. Oder besser gesagt, ich hoffe mal, dass das nicht passiert, wenn wir mal unsere eigene Ernte haben. Weil dann darfst du auch nicht mehr Traktor fahren. Weil wir wissen ja, wie gerne du bei Strecke fährst, wo man umfällt. Ich bin ja nicht der Einzige, der gerne mal Traktor umschleust. Ja, umschleuten oder aufschleuten. Das ist immer noch die Frage, bin ich richtig, weil ich nämlich auch keine Punkte mehr habe von dem anderen Zeug. Ich habe wirklich nur noch dich und mich als Punkte. Beim letzten Mal bin ich hier seitlich hochgefahren. Das war falsch. Glaub ich. Ich mache es nochmal. Könnte ja sein, dass es diesmal richtig ist. Ja, ich mache es nochmal. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zentä Sheriff, 2020 zu fahren. Und? Hat's funktioniert? Wie hat's funktioniert? Okay, ich guck ja schon selber nach. Oder auch nicht. Äh, nachdem ich hier unten auf dem Parkplatz drehe, scheiße, die Steuern gehen überhaupt nicht. Na, hast du dich schon gemerkt? Der kleine Traktor ist komisch. Ja, ich sag ja, ich hab den ganzen Abend Scheiß erzählt. Du hast ihn mir noch nicht abgekauft. Habe ja nicht umsonst gesagt, wir brauchen ein 1 Tonnen Gewicht damit man das Ding überhaupt fahren kann. Weil ich weiß nicht, wie der sich fährt. Ich glaub, der fährt sich wie ein Autoscooter rückwärts. Ich glaub, der Auftrag ist abgeschlossen. 100 Euro für... Was? Das hat gerade BIM gemacht. Nein, das war Tank. Ach so. In das Ding haben gerade mal 100 Euro um Sprit reingefahrt. Der ist ja auch ein kleiner Traktor. Hast du schon mal ein Baby gesehen, das 20 Kilo Hackfleisch isst? So. Jetzt kannst du doch mal den Käse noch nach Hause fahren. Äh, das Getreih, äh, Schrägstrich, was auch immer. Und ich versuche in der Zwischenzeit durchs sinnloses Tastengehema irgendwie da unten wieder Symbole reinzukriegen in mein Dingsbums. Nee, das ist auch nicht. Das war die Mucke. Ich will meine Symbole wieder haben, verdammt. Probier's mal mit den F-Tasten. F-Tasten? Nee. Bevor ich wieder Screenshots mache, die ich nicht brauchen kann. Oh, den Stream abschaltest? Nee, ich glaube, ich habe keinen Shortcut für den Stream. Glaube ich zumindest. Oh, bei mir zeigt er übrigens nur noch Ladebildschirme an, ich weiß gar nicht, ob der Stream noch funktioniert. Regen, prüf das mal. Ich glaube, der hat sich totgelacht. Weil der schon ganze Weile nichts mehr sagt oder macht. Wahrscheinlich soll er verlängst auf den Channel und der ist raus. Vielleicht auch das. Ich habe auch keine Ahnung. Ich kriege ja sowas nicht mit, muss mich ja darauf konzentrieren, äh, Traktoren auf Bahngleisen umzuwerfen. Du warst doch früher nicht so inkompetent. Ne, da war ich auch nicht so waschbierig. Oh, was macht das? Ah, das macht das. Sollte ich vielleicht lieber aussteigen, nicht, dass ich noch was anderes kaputt mache. Ich will meine Symbole wieder haben, verdammt. Es muss doch gehen. Äh, uns fehlt immer noch 8% Ernte. Scheiße. Wo sollen wir die herkriegen? Äh, wir können auch Reste auf dem Fels kratzen oder so. Hast du den Weg stehen lassen? Ja, aber eigentlich viel. Oder meinst du, wir sollten das ganze... Naja, das gehört, das muss man ja nicht zum Bahnhof fahren. Wo ist denn hier noch was? Oh, da hat er ernsthaft das Zeug gelöscht. Na, hier steht noch ein Bücher. Ich bin tot. Getrischt wurden. Hier ist auch noch ein Bücher. Warte, ist da unten noch ein Bücher? Da ist auch noch ein Bücher. Es muss doch irgendwie gehen, dass du noch 2% rauskriegst. Nicht 2%, 8%. 8%?! 2% hat die letzte Woche gebracht, die ca. 3 waren. Aber das heißt ja, dass die volle Karre 8% gewesen sind, die umgefallen ist. Wahrscheinlich haben die Quest sehr viel Sicherheit, falls man eben kleine Teile stehen lässt oder sowas. Hier ist noch eine Bahn. Vielleicht sind das ja deine 8%. Weil da vorne ist nämlich auch nochmal ein ganzes Büchel. Hier ist noch ein Büchel. Die ganze Bahn hier ist eigentlich im Prinzip immer noch da. Da hinten ist nämlich auch nochmal ein Büchel, glaube ich. Wofür ist denn hier? Bücheln! Achso. Am Ende hast du einfach nur so wahnsinnig unsauber gemäht, dass es am Ende 8% ergibt. Also mengenmäßig niemals. Das glaube ich auch. Ich weiß nicht, wer die Felder auswertet. Also ich muss jetzt hier irgendwie mal kurz auf den Reload-Button drücken. Ich muss ja wissen, ob der Stream jetzt noch funktioniert oder nicht. Also der Theorie nach müsste der noch funktionieren. Glaub ich zumindest. Weil man sieht meine Map ohne Punkte. So, jetzt hat mich Mähdrescher überfahren. Und jetzt kommt der Mähdrescher auch im Video und überfährt uns. Also ist alles prima. Das ist ja eine ganz schön kurze Verzögerung. YouTube und ich Twitch. Stimmt. Hast recht. Ich würde aber trotzdem gerne meine Icons wiederholen. Ich glaube, wir haben sie echt voll verkackt. Ja, ich glaube, wir haben sie hier absolut getreift. Was macht man da jetzt? Wir haben so viel Geld und so viel Zeit hier reingestopft. Und haben dafür keine Knete gekriegt. Ist doch voll scheiße. Oder liegt der Hafen irgendwo rum? Ja, ist eine gute Frage. Ich kann das ja einfach so löschen, oder? Aber glaubst du ernsthaft, dass diese 21.000 Liter nur 8% vom Feld waren? 8% plus Sicherheit? Vielleicht hat es Mähden auch schon gezählt, weil es Punkte gebracht. Oh Mann. Äh, wo hat es so das Zeug eigentlich weit gekippt? Ja, in einem Bahnhof, wo es zweigleisig geworden ist. Da ist mir der Zug entgegengekommen und ich bin aufs Gegengleis ausgewichen und umgefallen. Ich glaube, ich muss nochmal meine Astralgestalt von meinem Körper trennen. Holzholzabfall pur. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Oh man. Pass auf, jetzt ist es dann so, bei dem Abbrechen-Button wird dann wahrscheinlich der komplette Auftrag abgebrochen und man kriegt keine Knete für die schon geleistete Arbeit, damit der ganze Scheiß umsonst war. Wo wir dann besser dran gewiesen wären, wenn wir einfach unser Feld dauernd ständig vorgespult hätten. Ähm, ja wahrscheinlich werden wir abbrechen Gesicht bekommen, probieren wir es. Großartig. Dann initiere ich aber das Savegame und hau uns bisschen Geld drauf. Sag ich dir. Mach ich eiskalt. Wir haben immerhin 92% abgeliefert. Manches? Ja. Wir haben 10.000 damit verloren. Cool. Ganz toll. Das, was theoretisch im Lohn gewesen wäre, haben wir abgezogen bekommen. Als nicht abgelieferte Erträge. Aber wieso haben wir jetzt 43.000 statt 50.000? Ja, wir haben fast 10.000 verloren durchs Abbrechen der Quest. Na klasse. Okay, ich würd sagen, ich speicher jetzt einfach und dann schalte ich den Stream ab und dann editiere ich das Savegame. Was hältst du davon? Mal tue das. Okay. Weltkugel-Dings. Ne, wo war das noch gleich mit der Abbrecherei? Hier. Spiel speichern. Spiel abbrechen. Spielsumme auf dem Konto sind 57.000. Okay. So. Ja, das ist der Konto. Der Konto scheint die Gänze für die Questen abgeschlossen. Okay, dann sag ich an der Stelle schon mal Tschüss für den Stream, falls noch jemand zuschaut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. So fertig. Spaß und dann habt ruhig voll zu labern. Tschüss.